Starten wir in den sechsten Stream von Assassin's Creed Odyssey. So sieht's aus. Das ist so mehr oder minder die Karte, wo wir rumgewackelt haben. Und da haben wir tatsächlich hier in den ganzen Orten überall die ganzen Fragezeichen und haste nicht gesehen, alles mehr oder minder mal abgegrast, Entscheidungsschlachten gemacht, gekloppt, gedingselt und gebumselt. Ja, so, jetzt ist mehr oder minder Hauptstory-Zeit. Denn, wie sieht's aus? So sieht's aus. Wir sind Stufe... Ja, okay, ich seh schon, es ist ein bisschen dunkel. Dann machen wir mal lieber so. Da sieht man nämlich ein bisschen mehr. Dankeschön. Stufe 28, auf dem Weg zum 29 sind wir mittlerweile. Tragen halt eine Mischung aus Legendary und Epic-Klamotten. Das ist so der aktuelle Stand. 23.000 Goldmünzen, oben die Ressourcen seht ihr. Wir brauchen immer noch eine ganze Menge Holzi, Holzi, Holzi. Nehmt so viel Holz mit, wie ihr nur könnt, weil das ist das, was rar ist, genauso wie die uralten Tafeln. Das ist das, was immer am knappesten ist, weil ihr damit das Schiff aufwertet. Und das Schiff ist mittlerweile bei mir so ein Mischmasch aus Legendary und Epic. Das Einzige, was ich noch nicht geskillt hab, sind die Paddel. Äh, ich würde als nächstes gerne die Wurfschwere, beziehungsweise die Pfeile verbessern. Da brauch ich aber über 1000 Holz. Das heißt, ich brauch noch ein bisschen mehr Holzi, Holzi, Holzi. Ähm, dann kann ich das nämlich auch aufwerten. Soweit sieht schon mal halt mein Schiff aus. Die Schadenswerte seht ihr da ja. Also von daher, ähm, ja, Fähigkeiten hab ich geskillt. Da bin ich bis jetzt nur auf Krieger und Attentäter geskillt. Ähm, da hab ich noch nichts im Jägerbaum mitgenommen. Hab jetzt als letztes tatsächlich einmal noch das Gift verbessert und jetzt in Feuer reingeskillt. Das nächste, was ich jetzt skillen werde, ist wahrscheinlich hier das Feuer. Weil, ähm, tatsächlich die Elemente relativ gut Schaden machen gegen die etwas dickeren Gegner. Das heißt, wir können sie dann halt A vergiften und B verfeuern. Ähm, das heißt, das ist wohl das nächste, was ich jetzt hier halt so skillen werde. Ähm, ja, ansonsten, Kultisten haben wir zwischendurch noch ein bisschen gejagt. Da sind wir mittlerweile auch im Progress und da sind eben auch schon ein paar, paar, paar Kultisten. Und wir haben jetzt tatsächlich auch sieben, ähm, Scherben. Das heißt, wir können unseren Leonidas-Sperr nochmal verbessern. Was wir jetzt, glaub ich, auch als erstes einmal machen werden. Und dann gehen wir weiter in die Hauptstory. Das heißt, ich hab die Quest, glaub ich, schon ausbankiert. Achso, und ja, Vivi ist da, dann kann ich das nochmal sagen. Hier oben, da steht dann einfach unten die zugehörigen Quests, ähm, zu welcher Kategorie. Da siehst du das halt. Ähm, und dann kannst du halt einfach hier auf der Seite gucken, wenn du die einmal einklappst, ähm, zu welcher Kategorie halt eben die Quests gehören. Dann hast du da halt stehen, äh, Land der Gesetzlosen und dann hast du da Land der Gesetzlosen. Später ist Leonidas gehört halt eben nicht dazu. Das ist mehr oder minder halt nicht Mainstory. Und, äh, das ist quasi die Kultisten-Reihe aus dem Schatten. Also, da ist halt einfach so unterteilt, äh, wo man halt relativ easy erkennen kann, was Mainstory ist und was nicht Mainstory ist. Lange Rede, gar kein Sinn. Wir porten uns einmal zur Schmiede, ähm, die jetzt, äh, wo war? Jetzt seh ich noch nicht mal das Fragezeichen da. Das heißt, wir können uns hier einmal zur Schmiede porten. Machen wir die ganzen Fotos aus, die wir nicht brauchen. Und gehen einmal auf abgeschlossene, nicht abgeschlossene Orte und porten uns dahin. Ja, die Söldner sind zwar Rang 6. Da kommen ja ständig neue dazu, Stapsel. Ich glaube, wir sind Rang 6. Ähm, haben auch mittlerweile die Quest bekommen, dass wir die Arena in Pethki finden sollen. Ähm, die ist aber irgendwo ganz unten. Da müssen wir irgendwo mal hinsegeln. Äh, mit HDR sahen Spider-Man nochmal besser aus. Die Schwarzwerte waren mitunter krass. Hab mich mal echt selbst gesehen, wenn ich einen Anzug anhatte. Mein Monitor kann leider keinen HDR. Meine Capture-Card könnte es, aber leider eben der Monitor halt nicht. Ähm, das heißt, wenn ich mir irgendwann nochmal einen Monitor hole, dann hole ich mir natürlich einen 4K-HDR-Monitor. Ähm, aber wie gesagt, jetzt habe ich halt nur 4K ohne HDR. Und das sieht halt schon richtig beeindruckend aus. Also, wie gesagt, ähm, ja, kann ich mir vorstellen. Wobei ich dann noch nicht mal weiß, wie ich HDR streamen würde. Weil ich glaube, das geht noch nicht mal, dass Twitch das kann, oder ihr das sehen würdet. Also, im Stream müsste ich sowieso, glaube ich, ausmachen. Ich weiß es nicht. Und Snooksro, im 20. Schon 20 grässliche Monate. Mach weiter so. Och, ich hoffe, die war die meiste Zeit schön, Snooksro. Dankeschön, geht raus. Aber du sagst ja, du willst weitermachen. Dankeschön für den Support. Und sei gerüßt, mein Lieber. Wie hast du die legendären Schiffsmänner bekommen? Ich kann immer nur Schwache anheuern. Ähm, du scannst quasi mit deinem Adler, mit Icarus. Und wenn du quasi Söldner angreifst oder die Stadt wachen, musst du die am Ende nicht, oder darfst die am Ende nicht töten, sondern musst die K.O. schlagen. Das machen wir zum Beispiel mit dem Spartaner-Kick. Das heißt, wir kloppen die runter bis kurz vorm Tod und am Ende Spartaner-Kick. Und dann fallen die um, sind bewusstlos und dann kannst du die anheuern. Du kannst Söldner anheuern, du kannst die Stadtherren anheuern. Also, vorher scannen. Da siehst du halt die Farbe, welche die haben. Grau, äh, Blau, äh, Epic oder Legendary. Und die Legendary-Leute habe ich dann halt eben auf Schiff halt, äh, gelotst. Und, Bordray, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Ja, und jetzt können wir, wie gesagt, den Speer einmal auf Stufe 4 verbessern. Let's do it! Quest abgeschlossen. Verwässere den Speer. 9.362 EP. Speer verwässert. Und dann müsste es noch eine Folge-Quest geben. Genau. Jetzt will ich nämlich nur gucken. Jetzt brauchen wir neun. Alles klar. Also ein Fragment, drei Fragmente, sieben Fragmente und jetzt brauchen wir neun Fragmente. Also es wird halt jedes Mal ein bisschen mehr. Und wie gesagt, die Fragmente kriegst du halt von den Kultisten. Da müssen wir halt noch weitere Kultisten jagen, um den auf 5 zu bringen. Und dann können wir auch erst die Fähigkeiten halt verbessern. Äh, so, jetzt muss ich mal den Ausgang hier suchen. Und Nico, sag ich wirklich schönen guten Abend. Bleibt bei Donnerstag, oder? Donnerstag Mittag, Nachmittag, so weit um den Reh. Mein Gut Hörster. Dann hole ich dich Donnerstag Nachmittag irgendwie vom Bahnhof ab, oder so, wa? Aus Interesse, wird die Technik der ersten Zivilisation auch mal von den Protagonisten hinterfragt? Oder wie in Origins einfach hingenommen? Äh, bis jetzt gab's noch nicht viel Technik. Also sie hatten sich nicht gefragt, warum der Speer verbessert wird. Wobei tatsächlich sie mehr oder minder annimmt, dass sie, schräg, schräg, ihr Bruder, sowieso so eine Art Halbgötter sind. Was halt eben merkwürdig ist. Keine Ahnung, ich glaub, die glauben eh an alles. Und LCS Rocky. Er sagt, verdammt sympathisch. Dann sag ich, danke für das Lob. Habt viel Spaß hier, darum soll's gehen. Einfach Spaß am Gaming mit Gleichgesinnten, die einfach auch, sag ich mal, Gaming-Nerds sind. Oder wo das Herz aufgeht, wenn sie ein cooles Game spielen. Ich hoffe, du hast Bock hier, klingst dich ein, Rocky. Würde mich natürlich freuen. Ja, so ist es eigentlich bei uns halt jeden Abend. Nur die Spiele wechseln halt im Bereich Variety. Weil ich halt kein festes Main-Game habe. Ich mein, viele Streamer haben halt ein festes Main-Game, wo sie ihn zurückkehren. Davon bin ich halt mittlerweile weg. Ich hab aber ein bisschen angefangen mit Dark Souls. Dark Souls-Only am Anfang. Aber irgendwann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr. Und deswegen hab ich halt gesagt, nee, ich möchte halt das spielen, worauf ich gerade Bock hab. Und nicht nur einspiele. Also kein LOL oder kein PUBG, was die manche Leute dann immer wieder reinschieben oder so. Das ist nicht so meins. So, dann würde ich mal gucken. Die Gastfreundschaft der Piraten. Das ist 26. Ein Rezept für die Entdeckung wäre 26. Die sind alle 26. Also, wo wir hingehen, ist prinzipiell egal. Das sind die drei Haupt-Story-Crests. Land der Gesetzlosen, ein Rezept und die Gastfreundschaft. Ja, welches wir machen, ist wahrscheinlich egal. Gucken wir mal, wo die sind. Ähm, wo wäre das denn? Weil das ist jetzt halt die Main-Story, die wir halt fortsetzen. Und ich sehe noch nicht mal, wo das ist, weil es so... Xenia ist auf der Insel Chaos. Achso, den müssen wir erstmal Chaos finden. Wo ist denn Chaos? Ach, Chaos wäre hier. Ja, das wäre ja ums Eck. Das wäre ja gar nicht mal so unpraktisch. Äh, sie befindet sich in der Stadt Korsia, im westlichen Teil der Piratenrache. Äh, Chaos ist ja super klein. Da können wir einfach hinfahren. Sie führt ihre Piraten und Templer. Okay, also setzen wir da mal Kurs hin. Ähm, dann gehen wir, besser gesagt, ganz kurz erstmal zum Schiffs-Dock und rufen unser Schiff. Und Eugene, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Jetzt habe ich gefragt, ob Gala wieder mehr Zeit hat und habe die Antwort nicht gesehen, Gala, weil gerade noch so viel los war. Magst du uns nochmal schreiben? Ansonsten gucke ich nachher nochmal in die Aufzeichnung. Ich hoffe, wie gesagt, dir geht es gut. Der Stress ist irgendwie vorbei. Aber. So, Ruhe, ihr Schweine. Einfach mal alles genutzt. Feuer, Ulti. Alles wegbumsen. Alles wegbumsen. So, wo ist denn jetzt hier der Hafen, den ich markiert habe? Äh, laufe ich in die richtige Richtung zum Hafen oder laufe ich schon wieder in die falsche Richtung? Ich laufe in die richtige. Perfekt. Da muss irgendwo der Hafen sein. Ab ins Griechenland. Ja, dann viel Spaß, Eugene. Ich kann nur sagen, das Spiel ist extrem nice. Also für alle, die gerne Looten, Leveln und erkunden. Also wo die Fokus auch auf der offenen Welt halt liegt. Du wirst hier voll bedient. Das Spiel ist halt einfach so groß. Und ich glaube, ich laufe. Lacht nicht. Deswegen dauert bei mir das Spiel halt doppelt so lange, weil ich ab und zu mal in die falsche Richtung laufe. Ich meine, der Hafen ist da. Ich wollte ihn jetzt nicht markieren. Uff, schwierig. Ja, vielleicht gleich, Vivi. Vielleicht gleich. Ah, das ist so irritierend. Bei mir funktioniert gerade FFZ nicht, Leute. Das heißt, ich sehe die ganzen Emote-Zeit von Franker Faces nicht. Super irritierend. Ich glaube, dass ich Shetty updaten muss, dass es eine neue Version gibt. Von daher, nach dem Stream erstmal Shetty updaten. Ich bin super zufrieden damit. Sie sollen ja die RPG-Elemente behalten für das nächste Assassin's Creed. Ja, es ist halt das Zusammenspiel aus allem Floor. Ähm, also nicht nur die RPG-Elemente, sondern auch, dass du quasi zwei Gameplays hast. Du hast halt einmal das Schiffs-Gameplay und das dann Land-Gameplay. Das ist das, was mir zum Beispiel in Origins gefehlt hat. Weil da hattest du halt nur mehr oder minder Story. Also, oder Quests oder Nebenquests. Aber du konntest halt eben... Ja, gut, es gab die Arena, aber die war auch eher kurz. Ähm, und ich mag, dass es halt eben dieses duale Gameplay hat. Und, äh, ich hoffe, dass sie das im nächsten Assassin's Creed wieder einbauen. Egal, ob es jetzt Japan ist oder was weiß ich wo. Dass du halt eben an Landwart machen kannst, aber dann auch noch ein zweites Gameplay wie hier an... Äh, auf dem Schiff oder so. Dass du halt eben da nochmal was managen kannst. Also nicht nur dein Charakter, sondern halt dein Schiff, deine Crew, äh, was auch immer. Setzen wir die Segel! Steuer gehört dir, Kapitän! Ja. Dann, Mubbelmonds, nehm ich ja einmal rum. Und das sieht halt einfach geil aus, das Game. Und Kuru sei natürlich auch gegrüßt. Schöne guten Abend. Achso, wir könnten ja noch ein bisschen Zeug mitnehmen an Holz, ne? Also ein bisschen rumholzen. Aber das sind alles so kleine Schiffe. Ah, da vorne ist ein großes... Oh, guck mal, da haben wir schon wieder einen Ball. Nein, ich will nicht entern. Ich will nur Brandschatze und Blute. Wie, keiner, der mich, äh, angreifen will? Das ist mit euch. Gut, dann, umf ich. Tschüss, war schön hier. Einfach weggerannt. Ja, ich komm nicht rum. Ja, das war daneben. Schade. Bisschen zu niedrig hier. Oder ich hab in die Welle geschossen. Oder ich häng hier gerade mitten... Oh, in der Welle. Oh. Wo ist mein Schiff? Oh, unter Wasser. Nun. Weil hier gerade irgendwie der Wellengang so groß ist. Naja, Treibgut nehmen wir mit. Das andere Schiff ist anscheinend auch gezogen. Ah, da ist es. Oh, ich geh in Deckung. Ah, sie gehen aber auch in Deckung. Das war mal ein Reiz, Alter. Perfekt. Das dauert doppelt so lange bei der Orientierung. Voller Kartoffel. Macht 200 Prozent. Und dann mal doppelt so lange. Und den Chat macht hier. Und dann robelt so lange bei Slow Mode. Genau. Aber dafür hab ich halt super lange Spaß mit den Spielen. Ist doch super. Und ich würd Platin machen. Ich, äh, sogar... Es kommen immer Leute in den Chat. Ey, ey, das Spiel kostet 60 Euro. Ich hab's nur 10 Stunden gespielt und war durch. Ja, toll. Ich hab 60 Euro bezahlt und spielst drei Jahre. Das ist doch mal ein dickes Schiff. Sollen wir das mal machen? Was ist denn das? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Kriegschiff oder so. Ja, ich komm direkt auf sie zu. Ja, das ist schon ein dickes Schiff. 26. Guten Tag, ich sag. 48 Holzi, Holzi. Ja, Holzi brauchen wir halt eine Menge. Ja, das brennt doch aus. Das brennt doch aus. Dankeschön für Holz. Ich hab 60 Euro für Dragoncress bezahlt und bin erst mal 110 Stunden. Viel zu wenig. Ja, genau. Basi, Hasi, genau. Äh, wo? Ich seh gar nicht, wo. Wo denn? Er greift mich an. Ich seh keinen. Ich bin on fire, begeistert. Es ist verdammt gut. Broke, baby. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Broke, baby. Ja, ich denke. Jetzt müssen wir mal eine Angelegenstelle suchen, ob es hier die Piratenbuch gibt. Oder ob das Ding keinen Hafen hat. Und wie gesagt, das hat mir halt schon in Black Flag halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es wird mir auch wahrscheinlich im nächsten Assassin's Creed, wenn es wieder nicht drin ist, fehlen. Deswegen hoffe ich, dass sie sich halt was Gutes für Japan oder Samurai oder Ninja Assassin's Creed halt ausdenken. Und nicht einfach wie in Origins halt einfach nur sagen, okay, jetzt bist du wieder nur an Land. Ähm. Ja, ich mag's halt. Man kann die Schiffe auch enterpieren, na klar. Da kriegst du dann auch ein, zwei Items an Ausrüstung extra. Ähm. Wollte ich jetzt nicht machen, weil das kostet natürlich auch Zeit. Das heißt, du gehst dann rüber, klopst dich halt, musst die Leute halt umkloppen und am Ende kriegst du halt zwei Schatzpisten. Kann sich lohnen, wenn du Glück hast, dann ist ein epischer Gegenstand drin oder so. Mit Pech ist halt nur Crap drin. Ah ja, da ist ein Hafen. Achso, und für alle, die es eventuell noch nicht wissen, kleiner Spoiler, ähm, hätte aber auch im Stream passieren können. Von daher sage ich es jetzt einfach mal, äh, es gibt in dem Spiel Tombs, Gräber. Also wie Tombs in Tomb Raider gibt es hier auch Gräber. Und in den Gräbern gibt es am Ende, wenn du die durchgespielt hast, einen Skillpunkt. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile fünf, sechs, sieben Gräber gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wo jetzt das letzte war. Ich glaube, das hatte, äh, Vivi gefunden. Ich muss mal gucken, das war hier drüben irgendwo. Ähm, ähm, wie seh... Achso, die sehe ich ja jetzt nicht, weil ich die nicht abgeschlossenen Orte historische... Alle Symbole, Gameplay-Symbole. Das da. Das sind zum Beispiel so Gräber. Agamemnon's Grab und da findest du so eine antike Stähle. Und ihr seht schon, das hat das Symbol vom Skillpoint. Und wenn das Ding durchspielst, kriegst du am Ende einfach einen Skillpoint on top. Und die sind auch auf der Welt irgendwie überall verteilt. Ähm, und ja, einfach umsehen wird es belohnt. Dann findest du nämlich einfach mal einen Skillpunkt. Voll gut halt. Einfach voll gut. Ähm, und wir sind da. Okay, dann legen wir jetzt erstmal an. Achso, und ich hab geskillt, dass ich mittlerweile nachts mehr Schaden mache beim Schleichen. Also bei Schleichattentate. Wundert euch nicht, wenn wir jetzt tatsächlich auch häufiger, wenn wir denn was assassinieren wollen, nachts spielen. Weil einfach Bonusschaden. Den würde ich halt gerne mitnehmen. Das heißt, wir können den Duta mal eben platt machen. Naja, aber du hast Turrican ja nicht in den 90 Minuten durchgespielt, Boardway, oder? Also wenn ich mich erinnere, wie lange ich damals an eine der Amiga Games gezockt habe, die deutlich kürzer waren. Habe ich aber trotzdem super lange gespielt. Also, ähm, weil man früher einfach noch nicht so erfahren war. Plus, wenn man mal festhing, gab es halt keine Lösung. Oder kein Internet, wo man nach einer Lösung suchen konnte. Ähm, da hatte ich ja schon mal erzählt mit, ähm, Curse of Enchantia. Das Adventure, was ich mir damals zu Vollpreis geholt habe, ich aber nie, ähm, durchgespielt habe, weil es damals keine Lösung dafür gab. Und, Curby, danke für dein Haus natürlich. Dankeschön. Äh, ich werde gerade einfach angegriffen. Achso, den kann ich nicht einfach töten. Naja, dann. So, damit ist mein Kopfgeld, glaube ich, einfach mal schon mal ein bisschen gesenkt. Perfekt. Aua, Hundi. Ja genau, mach immer den Hund, ich gehe. Ich weiß gar nicht, was die Leute von mir wollen. Tschüss. Dann machen wir mal den Aussichtspunkt. Also hier, hier ist ja alles hostile. Der Aussichtspunkt ist auch vor mir. Oh Mama, sei gegrüßt, guten Abend. Und Rollator schreibt wieder so viel, dass ich hier kaum lesen kann. Das sind vier Zeilen Chats, das kann ich nicht eben lesen, Rollator. So, da oben ist der Aussichtspunkt. Den snacken wir uns erstmal. Dann wollen wir mal eben überfliegen. Naja, was auch eben passen würde, ähm, wäre tatsächlich, muss ich sagen, Wikinger. Weil da hast du auch Landgameplay plus halt die Schiffe. Also deswegen könnte ich mir auch so Wikinger, ähm, ganz gut vorstellen. Schnellreise freigeschaltet. Und von Donnerbart, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Genauso wie an SuperDG. Komm zu uns, gefliegt, sei gegrüßt. Ah, was, wer bist du und was machst du hier? Ähm, bin Markus und spiele Videospiele. Und ihr könnt zuschauen und habt da genau hoffentlich dann so viel Spaß wie ich beim Spielen. Und holt euch vielleicht das Spiel, wenn es euch gefällt, auch. Hashtag nein, ich bekomme dafür nichts, wenn er euch das kauft. Aber wie gesagt, ich empfehle halt gerne gute Spiele. Und von schlechten rate ich an halt ganz gerne auch ab. Das hat nichts mehr mit Assassinen zu tun. Ne, das ist richtig. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den sich das Spiel gefallen lassen muss. Es hat nichts mehr mit Assassinen zu tun. Das ist absolut richtig. Es ist halt mittlerweile ein cooles Open-World-RPG. Du hättest auch meinetwegen Witcher Scene draufschreiben können. Oder was weiß ich. Oder einfach Cassandra in Griechenland. Naja gut, aber da, weil Assassin's Creed draufsteht, werden es wahrscheinlich ein paar mehr kaufen, weil wegen Marke und so. Glaubt er wird tätowiert. Wenn sie auf meiner Insel mit Sklaven handeln, sollen selbst das Zeichen der Sklaven tragen und nach Attica geschleppt und an das System verfüttert werden, von dem sie profitieren wollten. Schaff mir diesen Abschaum aus den Augen. Ich dachte, alle Piraten wären Sklavenhalter. Und du bist? Mein Name ist Cassandra. Nun, Cassandra, man sagt uns auch nach, Mörder zu sein. Warum also sollte ich dich nicht hier und jetzt töten? Mörder zu sein. Mörder zu sein. Mörder zu sein. Sag dir ruhig, schönen guten Abend. Und wer sich beschwert hat, dass meine Frau hier aussieht, diese liebliche kleine Cassandra, wie ein Typ. Was ist denn hier bitte Xenia? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, die ist ja der Doppelte von mir. Das ist ja ein Bär. Ich bin auf der Suche nach der großen Piratin Xenia. Das bist du, oder? Ich mag, wie sich das anhört. Aber was war der Plan für den Fall, dass du mich findest? Ich habe dir einen Handel vorzuschlagen. Dich in meine Stadt zu schleichen, ist nicht der beste erste Einbruch. Ich muss mit dir persönlich sprechen. Ich dachte, die Piraten lassen mich sicher nicht so einfach durchspazieren und anklopfen. Also sprich. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Sie verließ Sparta, als ich ein Kind war. Ein bisschen mehr brauche ich schon, Cassandra. Auf ihrem Arm hat sie Muttermale, die das Sternbild des Adlers bilden. Also gut, damit kann ich arbeiten. Aber wer genau soll diese Frau sein? Ja, wir suchen immer noch unsere Mutter. Also ich will jetzt nicht die gesamte Story spoilern, die wir schon gespielt haben, für die Leute, die vielleicht heute nur mal abends reinschauen von der Startseite. Aber im Moment suchen wir halt unsere Mutter. Sie ist meine Mutter. Ich sah sie zuletzt, als ich noch ein Kind war. Du bist also ausgezogen, deine Familie zu finden. So etwas in der Art. Dann hast du keinen leichten Weg vor dir. Aspassia hat mich geschickt, dich zu finden. Aspassia? Warum sollte sie das tun? Sie sagte, du hättest Informationen, die mir nützlich sein könnten. Du kannst alles wissen, wenn die Bezahlung stimmt. Und was genau soll es kosten? Du kannst es dir leisten. Ich bin sicher. Aha. 15.000! Warum brauchst du so viele Drachmen? Ich muss eine Stadt absichern und Menschen beschützen. Ich habe kein Interesse am Kriegseintritt. Ich will nur sicherstellen, dass der Krieg nicht zu uns kommt. Okay. Ja gut, mittlerweile haben wir, glaube ich, so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten. Irgendwas um die 20.000, 30.000? Alter Schwede! Aber ja, okay. Wenn er direkt... Hätte ich direkt nur die Straight-Di-Main-Story gespielt, zu dem Zeitpunkt am Freitag, da hatte ich, glaube ich, 4.000 Gold oder so. Also das heißt, da hätte man das tatsächlich dann auch erstmal Gold farmen müssen. Gut, weil ich so viel Nebenzeug mache, habe ich das jetzt. Sonst, ja, RIP. Hier, nimm deine Drachmen. Nichts fühlt sich schöner an als ein schwerer Geldbeutel. Wie lange wird es dauern, bis ich die Informationen bekomme? Ich habe sie schon. Ach ja? Deine Myrene verkehrt unter dem Namen Phoenix. Sie war Teil meiner Mannschaft, aber wir haben uns vor kurzer Zeit getrennt. Ja gut, wenn sie immer die Hälfte will, das wäre natürlich fair, super, Richie. Wer hat die Cress noch gemacht? Kann jemand noch was sagen? Weil gerade sehe ich 17k bei X-Floor. Ich reise bald ab. Chaos ist dein Zuhause. Aber es ist nicht meine wahre Heimat, meine Bestimmung. Du findest vielleicht nie, wonach du suchst Phoenix. Aber ich höre nicht auf zu suchen. Du bist eine tolle Piratin. Und du bist eine noch bessere Freundin. Vergiss mich nicht. Weißt du, wo sie jetzt ist? Sie segelte nach Südost mit ihrer Mannschaft, auf der Suche nach ihrer Bestimmung. War sie auch Teil deiner Mannschaft? Eine Zeit lang. Warum ging sie fort? Sie interessierte sich zu sehr für den Krieg. Wenn du mich fragst, Verschwendung einer guten Piratin. Hab seit dem Abschied nichts von ihr gehört. Chaos ist weit entfernt von Sparta. Wie seid ihr euch begegnet? Auf See, vor langer Zeit. Ich sah in ihr ein besseres Leben. Sie sahen mir die Freiheit. Zusammen gehörten uns die Wellen. Ich kann nicht fassen, dass sie Piratin war. Sie gehört zu den Frauen, die sobald sie sich etwas in den Kopf setzen, es auch umsetzen. Vielen Dank. Ich... Zu Hause ist kein Ort. Zu Hause sind die Menschen um dich herum. Wenn du nicht findest, was du suchst, steht unsere Tür offen. Eine Tür voller Drachen. Irgendjemand muss diesen Namen kennen. Finde und bestaffe den Schatz, äh, Schatz, äh, Schatz, alter Schwede. Und haufenweise neue Quests, die einfach noch so rumkullern. Alter Schwede, ey. sooooh. Würde sagen, snacken wir uns erstmal den zweiten Aussichtspunkt. Am besten klaust du die 15k wieder. Ja, natürlich, ich will mein Geld wieder haben. Wo ist denn der zweite Aussichtspunkt? Der wäre da. Liegt auf dem Weg. Die Quest, äh, wir sind keine Diebe, rot in Trümmern. Ja, wahrscheinlich werden wir da noch häufiger jetzt nochmal hin und her auf mich, so lange nehme ich die jetzt an. Ich weiß es nicht. Ja, komm, lass uns die Quest eben annehmen. Sonst muss ich wahrscheinlich noch tausendmal hin und zurücklaufen. Ja, gut. Die sind jetzt friedlich. Die meucheln mich hoffentlich gerade nicht mehr. Sehr schön. Gerade sind die alle ein bisschen ausgerastet. Irgendwo dahinter muss das sein. Das wäre cool, wenn man die anheuern könnte. Ja, vielleicht können wir es ja nachher. Wir können sehr viele Leute fragen, der Snowt. Tatsächlich, nur die meisten, gerade aus Quests, haben dann irgendwie abgelehnt aus irgendwelchen Gründen. Aber tatsächlich, Odessa hat angenommen. Mit der haben wir ja auch geschlafen. Vielleicht lacht es daran. Weiß es nicht. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte. Hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken, sollte ausreichen. So kann man's wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nicht sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln. Dann greift er nicht selbst an. Das steht außer Zweifel. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welcher hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Okay, die Farbe von Chaos. Auf dem Oberdeck. Zwei direkter runter. Gebrochene Spiere. Okay. Äh, darf ich nicht vergessen, das Ding dann anzulegen. Das, äh, könnte sonst ein bisschen bepeinlich werden. Hupsi. Und hallo, jetzt sei auch gegrüßt. Schönen guten Abend. Ich hatte ja auch noch nicht der Hoppelhase. Sei auch gegrüßt. Guten Abend. Achso, ich kann mal eben Zeug verkaufen. Einmal ganz kurz. Den, äh, ganzen Trash. Wobei, so viel Trash ist es gar nicht. Das ist aber nur noch 9000 Gold. Verdammt, wir sind arm. Du klingst bedrückt. Endboss? Nein, keine Ahnung. Ich suche einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Koresia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sein, zu sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du's tust. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poissa und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Du sagst, dass das Haus des Anführers ist bei Poissa? Ja, im südlichen Teil des Dorfes. Wo ist Poissa? Es ist an der Ostküste der Insel Chaos. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Senior wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Oh, meine Pläne sind ruiniert. Wie soll ich Ihnen ohne die Tafel Und Siri, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Und Broken Baby, komm gut ins Bett, schlaf gut. Danke fürs kurze Reinschauen. Achso, hier ist noch ein du Westmensch. Die ganze Ladung da draußen. Wie schwer kann es sein, mit einem Handelsschiff nach Tera und zurück zu segeln? Senior hätte den Miltos echt gebrauchen können. Die Drachmen wären eine gute Unterstützung im Kampf gegen. Können wir dir irgendwie helfen? Ja, ihr sprach gerade von einer Lieferung. Wir sprachen von rein gar nichts. Nichts, was dich irgendwas angehen würde. Und ob. Ich will mehr darüber erfahren. Nun, mir ist ziemlich egal, was du willst. Ihr erzählt mir sofort von dieser Miltos-Lieferung. Ich muss dir gar nichts erzählen. Versuch's nicht mal. Wir stehen unter Xenias Schutz, so wie alle anderen auch. Na los, verschwinde von hier. Wenn es Geld wert ist, finde ich es. Sie sagte, das Schiff sei auf dem Weg nach Tera. So. Dann finde und beschaffe den Start, Schatz. Achso, snacken wir uns erstmal den Aussichtspunkt und gehen dann dann zum Questziel. Dann dann. Was ist das? Die Jybra-Störung. Was? Was sagt Mopsi Mauser? Was rückwärts? Und dann jeden zweiten Buchstaben weglassen? Worum geht's? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Hatte ich dich gegrüßt, Mopsi? Sei auf jeden Fall noch gegrüßt. Es ist so schön. So idyllisch. Ärger mich, dass ich 15k ausgeben musste. Wenn ich das gleich nicht wieder bekomme, drehe ich am Rad. Höde des Ares. Zwei Schätze. Ruhender Löwe. Und online hält. Sei gegrüßt. Wie geht's? Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Ich kann weiterspielen. Kann jetzt endlich die Main-Story weiter ein bisschen machen. Von daher alles sehr, sehr geschmeidig. Ich hoffe, bei dir auch, mein Lieber. Au! Oh, schon wieder so eine Wildsau. Wenn ich eins hasse in diesem Spiel, dann sind es Wildschweine. Genau deswegen. Und ich habe im Moment gar keinen Lebensbalken. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich habe keinen Lebensbalken. Ich habe nur einen Adrenalinbalken. Das ist, äh, ich glaube, das ist nicht so normal. Hm, merkwürdig. Ich hoffe, das fixt sich gleich. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht, dass der Lebenswahl nicht da war. Das liegt am Vollmond. Ja, wahrscheinlich. Ah, hier haben wir nochmal diese komische Währung. Die nehmen wir natürlich gerne mit und steigen mal... Oh, Moment, bevor ich dem Löwen da draufsteige. Nehme ich erstmal hier noch alles mit. Und dann genießen wir einmal die Aussicht. Und Letos sei gegrüßt. Äh, ich würde gerne 100% machen, also Platin. Ikaros Wahrnehmung erweitert. Hm. Wer mich wundert wirklich, dass ich keinen Lebenswahl habe? Mal schauen. Wenn ich jetzt gleich deswegen irgendwann sterben sollte, wäre natürlich dumm. Das heißt, ich mache jetzt gleich hier nochmal einen Quick Save. Platin oder... Ja, Platin ist für mich 100% WB. Also 100% würde heißen, jedes Fragezeichen oder was weiß ich oder jede Rüstung haben oder hast du nicht gesehen. Das muss ich nicht unbedingt haben. Also 100% heißt für mich halt Platin Trophy. Also alles, was für Platin halt gebraucht wird. Ah, dann gucken wir mal da rein. Film und beschaffe den Start, Schatz. 100% Map. Ja, die brauchst du. Du musst ja alle Regionen zumindest aufdecken für die Trophy. Du musst die nicht unbedingt abarbeiten, aber zumindest alles mal aufgedeckt haben. Das musst du für die Platin schon machen. Hast du schon ein paar Ostrakon-Rätsel gelöst? Ja, ein paar automatisch. Die sammeln sich halt hier im Inventar an und ein paar davon sind abgehakt. Natürlich nicht alle. Ich lese sie jetzt nicht explizit halt durch, weil wie du siehst, findest du davon ja auch so, okay, zwei Stück habe ich anscheinend gefunden. Also von daher, ja, ich glaube, das ist aber keine Platin Trophy, jetzt jeden Hinweis hier abzugehen, weil das sind quasi nochmal Mini-Quest-Beschreibungen, wo irgendwas sein könnte. Ah, da ist mein Leben wieder da. Alles klar. Dankeschön für Leben. In Origins brauchst du mal, glaube ich, eins. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht ganz verstanden, was tatsächlich diese Einsiedlerschauplätze bei Origins waren, aber die musstest du alle abschließen. So, der Schadschatz ist tatsächlich da in der Festung. Ja gut, vorne reingehen möchte ich vielleicht nicht unbedingt. Gucken wir uns erstmal für Vision um. Deine Meinung zu dem Game? Sehr, sehr geil, Letos. Sehr, sehr geil. Ich hatte nichts erwartet, habe eher gedacht, dass es schlechter wird als Origins. Also der Vorgänger, der schon besser war, fand ich als Syndicate und Unity. Aber tatsächlich wurde Origins nochmal extrem übertroffen und ich finde es deutlich stärker als Origins. Also Zeit Blackfellack für mich wieder ein richtig, richtig geiles Assassin's Creed. Und ich bin halt sehr, sehr geflasht und habe es jetzt die gesamte letzte Woche gestreamt. Geplant waren eigentlich nur zwei Tage. Ja, es sind ein paar mehr geworden. Also von daher, ja, Empfehlung geht raus. Wenn du halt Open World Spiele im Witcher-Stil magst, hat nicht mehr so viel mit Assassinen zu tun. Das stört mich persönlich aber nicht. Auch der Anführer ist da auch direkt. Okay, nun. Und er ist episch. Brauchen wir nicht. On Legendary Dudes. Der ist blau. Den brauchen wir auch nicht. Wobei, so stark bewacht ist das Ding denn gar nicht. Nun. Ein Siedlerschauplätze war das mit dem Sternbild. Okay, da habe ich im gesamten Spiel, glaube ich, eins gefunden. In Origins. Wobei, ich habe am Anfang schon gesagt, in Origins war ich nach ungefähr 35 Stunden durch. Hier bin ich jetzt bei 45 und habe das Gefühl, ich stehe noch am Anfang. Also, das Spiel ist doch einfach mal Millionen Mal größer. Den werde ich jetzt schon mal, glaube ich, nicht assistieren können. Einfach nur die Quests und immer auf Level geblieben. Ich habe halt nur Nebenquests gemacht, wenn ich für die Hauptstory leveln musste. Ja, sonst habe ich tatsächlich nicht viel gemacht. Außer noch die Arena. Die habe ich halt auch noch gemacht. Nein, der hat es nicht gesehen. Perfekt. Weil es gab ja halt eben nicht so viel an Nebenzeugen in Origins. Du hast halt eben nur über die Quests halt gelevelt. Und ich fand, so viel gab es halt eben nicht. Es gab halt eben die Ausrüstung, die du auf Vordermann bringen musstest für die Arena mehr oder minder. Aber sonst, es hatte halt eben nicht diesen zweiten Fokus irgendwie. Keine Ahnung. Und das hat das Spiel hier für mich bis jetzt halt besser hingekriegt. Ich weiß nicht, ob ich den Wurzelmann da hinten erstmal mache. Das war jetzt unnötig, aber gut. Ich habe noch eine Adrenalin. Die Einsiedler waren nicht die Sternzeichen, sagt Latavus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich erkunde halt auch immer gerne alles, habe dann aber immer Schiss Overlevel zu sein. Das haben sie hier in dem Level ziemlich gut hinbekommen, beziehungsweise in dem Spiel. Ihr seht hier oben die Begrenzung zum Beispiel. Das heißt letztendlich, oder gucken wir mal in die Endgame-Karte, weil das sind jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich die Story-Karten. Das heißt im Endeffekt, du kannst ab 46 rein und es levelt bis 50 hoch, die Lesben. Oder hier auch, 46 bis 50, 42 bis 48. Also du hast halt eben schon eine Level-Range, guck dir das an, Mazedonien, levelt von 28 bis Level 42 mit. Du kannst ab 28 rein, aber bis 42 werden die Mobs halt hochgebumst, wenn du 42 bist. die bleiben halt 26, 26, weil wir da schon die maximale Level-Grenze erreicht haben und wie gesagt, hier steigt es dann eben auch nicht mehr an. Oder es steigt nach dem Einloggen an. Ne, es bleibt zwei Level unter dem Level, was wir haben, war letztes Mal auch. Okay, es bleibt anscheinend immer, es levelt mit bis hin zu zwei Level unter dir, weil als ich letztes Mal geguckt habe, war es 18, dann waren wir wohl 20, also es bleibt dann zwei Level unter dir, also du kannst dich absolut überleveln. Und die Map ist riesig, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben jetzt in 40 Stunden oder 45 Stunden das bisschen hier erkundet und haben halt eben den ganzen Teil hier noch komplett vor uns. Jetzt hier unten ist die Arena in Pethki, weil das habe ich erstmal gar nicht gesehen, dass hier unten Pethki ist. Da müssen, haben wir auch schon eine Quest für die Arena, müssen wir dahin. Da ist dann wahrscheinlich auch nochmal eine komplette Storyline. Ja, wie gesagt, Mazedonien scheint nochmal ein riesiges Gebiet zu sein. Lesbos ist noch ein bisschen größer, also ich gehe davon aus, ist noch einiges drin. Ja, und Pethki habe ich nicht gefunden, weil hier unten die Beschreibung drüber liegt. Ich gucke halt, ja, Messara. Okay. So, und hier siehst du nichts, dass hier was steht, weil hier das Ding drüber ist. Das heißt, du musst halt irgendwann gucken, wo Pethki steht, weil man es halt nicht sieht, wenn man nicht gerade drüber geht. Und deswegen habe ich es nicht gefunden. Ich habe irgendwie zehn Minuten den Ort gesucht, weil ich den für die Quest suchen wollte. So, der Anführer-Dude kommt hoch, der Schatz ist da drüben. Das sieht eigentlich schon mal relativ frei aus. Ja, komm, dann lass uns da drüber gehen. Den habe ich nicht gesehen. Ein Glück hatte ich noch eine Adrenalin. Jetzt wird es nur schwierig, weil ich keine Adrenalin mehr habe. da ist auch noch ein Kopfgeldjäger. Da ist der Anführer. Jetzt wird kacke. Ich wollte eigentlich das machen. Weil jetzt habe ich die Scheiße am Spüssel. Machen wir dir erst mal Platz. Mach den Platz. Au. Trefft ihr nur gerade nicht. Tust du. Maximale Lhythmus. Alter, was ist mit dem Blut? Könnt ihr denn mal bitte jetzt sterben? So. Aua. Ich wollte ausweiten. Kopfgeldjäger am Start. Ich habe ein Level ab. Mitten im Kampf. Okay. Warum nicht? Aber auch mal gebrauchen. Au. Dudes. Stop it. Aua. Da ist noch ein Lanzenball und ich habe noch irgendwie zwei Bogenschützen auf mir. Wir werden irgendwie immer mehr. Das ist noch ein bisschen belastend. Dudes. Ja, vielleicht wenn man rückt auf die entsprechende Klamotte. Einmal ganz kurz vielleicht zurück in den Stealth. Aua. Ach, da ist auch noch einer. Hier ist irgendwie alles voll. Loot, loot, loot. Loot tut gut. Oh, der hat mich gesehen. Ich bin noch nicht im Stealth. Fuck. Ja, ja, ich weiß. Der hat mich noch gesehen. Einmal um die Ecke und dann irgendwie außer Sichtlinie. Und dann mal gucken, dass wir wieder ein bisschen in den Stealth kommen. Alter Schwede. Entschuldigung. Während der Massenklopperei kann ich super wenig auf den Stealth gucken, weil so viel passiert. Und Sixen, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Hallöchen an alle, die jetzt noch reingeschaut haben von der Startseite. Habe ich den jetzt erwischt? Ne, habe ich nicht, weil das Attentat wieder nicht funktioniert hat. Okay. Wir gehen nochmal ganz kurz. Die Ecke war dumm. So. Achso, da haben wir noch zwei. Da unten ist noch einer. Und DDG, sei gegrüßt. Goddammit, Diane. Schönen guten Abend. Muss mal ganz kurz looten. Dankeschön. Was? Jetzt weiß ich, was Markus mit er pariert nie meint. Ja, habe ich ja gesagt. Das war ja nicht gelogen. Ich pariere nie. Ich bin mal ganz kurz. Schön mobsen. Ich bin halt der Dodger. Au. Wow. Der Feuerschaden. Alter Schwede, Feuerschaden in dem Spiel ist richtig fünster. Der Schildskill ist geil. Ja, damit kannst du dir halt eben das Schild kaputt machen. Den haben wir jetzt auch schon zweimal aufgewertet. Alter, Feuer ist heftig, ey. Weil sonst musst du halt immer mit dem Dreieckskill der Schild erstmal wegschlagen und so haust du den Eimer komplett aus der Hand für einen Adrenalinpunkt und dann ist Ruhe. Dann kannst du halt draufsteilen. Und es ist Bream. Ich hoffe, das ist richtig. Sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Das würde mich natürlich freuen. Ich muss jetzt leider den ganzen Kram nochmal machen. Fing gut an und ist dann irgendwie eskaliert. Alter Schwede. Ja, das kann halt mal passieren. Ja, das würde mich natürlich nicht freuen, dich häufiger begrüßen zu dürfen. Ja, neben Assassin's Creed, wie gesagt, eigentlich alles, wo so Looten und Leveln drin ist, spiele ich halt sehr, sehr gerne. Und wenn es dann halt eben wirklich ein cooles Game ist, auch gern mal auf Platin. Ja, der schaut immer in eine Richtung, was schon mal suboptimal ist. Da unten haben wir eine Wache. Da oben ist eine Wache, die ich nicht markiert habe. Da sind zwei Wachen, die ich nicht markiert habe. Und ich habe kein Adrenalin, was schon mal eher nicht so gut ist. Also nehmen wir erstmal den hier. So, da haben wir schon mal Adrenalin. Dann können wir den nämlich direkt hier machen. Wobei ich mich jetzt frage, warum das Adrenalin in dem Moment schon wieder am Abnehmen ist. Ach, oder kostet das... Jetzt weiß ich, woran das liegt, Vivi. Das hat mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Kann das sein, dass das kritische Attentat ein Adrenalin braucht? Weil ich hatte gerade durch das normale Attentat, zwei Adrenalin bekommen und habe gerade jetzt ein kritisches Attentat gemacht und das hat einen Adrenalin wieder weggenommen. Kann das sein? Weil wir uns immer gewundert haben, dass es manchmal geht und manchmal nicht geht. Ah, das war falsch. Da war ich in der falschen Reihe. War ich im falschen Skillrad. Ist aber nichts passiert. Die fackeln nur ein bisschen. Und der Bergtroll. So, einmal ins andere Skillrad. Alter, gleich doppelt. Alter, was tut ihr? Nein, das war einmal der Drakon im 24. Und der Bergtroll. Alter Schwede, Drakon und Bergtroll. Einfach sehr happy zwei Jahre und guten Abend vom Bergtroll. Dankeschön für 24 und für 15. Ihr beiden, wie abgesprochen. Ei, ei, ei. Das Spiel macht echt einen guten Eindruck, aber ich denke, er wird ja erstmal mit Assassin's Creed 2 anfangen müssen, nicht mit dem neuesten. Den Fehler würde ich, also ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehler würde ich nicht machen, weil die anderen Spiele edel haben damit gar nichts zu tun. Also gerade Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelation, ja, wenn man Fan der Reihe ist, kann man sie noch spielen, aber sie haben nichts mit dem hier zu tun. Also wie gesagt, wenn überhaupt würde ich sagen, Event, Spiel Origins maximal und das hier, vielleicht Black Flag noch, aber die anderen gehen in eine komplett andere Richtung. Also wie gesagt, da wäre ich vorsichtig, weil wenn jetzt, gerade auch wenn du jetzt mit dem ersten Teil anfangen würdest, der war so rumpelig, den konntest du halt kaum spielen und der Teil 2 ging dann, das war mehr oder minder die Perfektion vom ersten Teil, aber das ist halt eben nicht so ein Open-World-Spiel, wie du es heute kennst, also wie es jetzt hier aussieht, also bei Weitem halt nicht. so und der Dreimling, der kommt zurück in den Moped-Club, ich glaube nämlich, der war auch schon mal, da sage ich dickes Dankeschön für den erneuten Support, willkommen zurück und Dankeschön natürlich für den Knopf drücken, was die dickste Form von Support ist, ach deswegen, weil ich die gar nicht gescannt hatte, weil da unten der Staatsmann ist, deswegen ist da alles eskaliert, Dreimling, willkommen zurück und Dankeschön natürlich, also im Endeffekt, das ist der Staatschef und wir hatten die ganze Staatschef-Bagage am Sack, ähm, ja, weil, ne, die waren und haben den Staatsmann beschützt, das war das Problem, was ich gerade übersehen habe, das heißt, wir sollten uns mehr oder minder vielleicht auf die Quest konzentrieren, ähm, wo ich jetzt noch nicht mal weiß, wo der Staatsschatz ist, wo ist er denn nun? Und Dasu, ich glaube auch willkommen zurück, was ist heute los? Auch mit Prime, darf ich sein zweihundes Monat sein, Dasu, ich sage auch dir natürlich, dickes Dankeschön, Mann, hilft ungemein, herzlich willkommen, hab viel Spaß hier, bei dem Game, was wir noch eine ganze Zeit spielen werden, ja, dann natürlich irgendwann Red Dead Redemption, Sekiro, ach, alles und noch viel mehr und ich habe jetzt nicht gesehen, wo das, wo ist denn jetzt das Ding in? Weil den Staatsschatz habe ich jetzt nicht gescannt, warum nicht? Doch da, in 76 Metern, da, der sitzt genau auf dem Dude drauf, ey, genau da hinten, alter Fritter, ey, schon öfter hier, aber noch nie gesappt, klasse Stream, echt nicht, Reimling? Hätte gedacht, tatsächlich, dann willkommen zum ersten Mal natürlich, gut, das ist natürlich ungünstig, da hat jetzt wirklich so viel da hinten ist und die es genau da drauf gepackt haben, und der Marber kommt auch zurück, alter Schwede, was ist los? Gefällt euch das Spiel so oder so, wie ich spiele und rumdörfe? Alter Schwede, freut mich natürlich Marber, auch du, willkommen, mein lieber, dickes Dankeschön geht natürlich raus, Dankeschön und Greis, du natürlich auch, sei gegrüßt, mich ärgert, ist das AC, ähm, okay, okay, Kronos, auch du, die ganzen alten Namen, die kenne ich noch alle von früher, schön, dass du, die Frau schwebt, Kronos, alter, ich mach das nicht, ich tu nicht, okay, das ist der, danke, dass ihr so viel Subdance und sie danst für euch, das ist der Moped Club Willkommendance, ähm, Dankeschön, Kronos, ich weiß nicht, was passiert und warum sie das tut, was ist das, stopp, nun, hör doch auf, hier ist gerade alles kaputt, mein Gott, ist aber gut hier, Kronos, willkommen und Dankeschön, Alter, das einzige, was gerade gesagt wurde, jetzt kann ich es nur noch sinngemäß wiedergeben, weil ich jetzt leider den schon nicht mehr sehe, ähm, ja, es hat nicht mehr viel mit der klassischen Ezio Trilogie Assassinen gegen Templar zu tun, es spielt vor Origins, in Origins letzten Teil wurden die Assassinen quasi erfunden und gegründet und das spielt nochmal vor Origins, also hier gibt es tatsächlich noch keine Assassinen und Templar, ähm, also von daher, es hat halt nichts damit zu tun, es trägt nur noch den Namen, entweder, Entschuldigung, wenn ich das so sage, kommst du mit dem Fakt klar und spielst halt ein schönes Open World Spiel oder du sagst, nee, ist nicht meins, weil es steht was drauf, was nicht drin ist, ähm, kann man verstehen, dann ist das Spiel natürlich nicht zu ein, weil es geht halt eben nicht mehr um Assassinen, eieiei, und er ist guter Bastard, sei gegrüßt, schönen guten Abend, und Kujardella Mario im 33. und das Ganze im Tier 3er Sub für 25 Dollar, alter Schwede Mario, ich werde dich am Samstag dafür drücken, dickes Dankeschön, geht raus für 33 Monate Support, Dankeschön, dass du so viel Geld für mich ausgibst und ich dir das wert bin, danke dir, hilft ungemein, danke dir. Ja, und es gibt natürlich, ich weiß nicht, gerade kam die Frage, ich weiß nicht, ob es nach Inventar oder so war, ja, es gibt natürlich immer noch Sets, du kriegst halt immer noch Ausrüstungssets, ähm, da steht Set Teil 1 von 5 und wenn du ein komplettes Set hast, kriegst du dann auch eben Setboni, die gibt es immer noch, ähm, du kriegst halt Setboni, wenn du, beziehungsweise komplette Sets, wenn du einen Zweig hiervon aushebelt, ähm, da gibt es jedes Mal ein Set und, ähm, es ist so viel halt drin in dem Spiel, es ist halt unglaublich und wie hat jeder, gibt dir da auch nochmal separat halt eben Ausrüstung und Siri, eine Unterstützung und mal von mir es lässt, lesfist, alter Schwede, Siri, 30 Euro mit Gewür und Übernahme, Alter Schwede, was ist los, und Zeitox und Paratus, danke für die Hostings, dankeschön, Siri, danke für so viel, die finanzielle Unterstützung hilft natürlich auch, gerade bei der Anschaffung von neuen Games beziehungsweise für die anderen Kosten, die im Leben auftreten, mittlerweile mag es die haben ja auch in der Vollzeit, Siri, dankeschön dafür, für so viel, Ausrast am Montag, ey, ja, und das, wo so voll ist, also hier im Spiel mit den Moped-Männern und im Chat, ey, überfordert mich dezent, ich schwitze schon, Siri, dankeschön, geht raus, ich hoffe, die Herzen-Kartoffel-Klumpen-Faust, dankeschön, Mann, dankeschön, ja, dankeschön für jede Form von Unterstützung, das ich das halt hier machen kann und ihr da anscheinend Bock drauf habt, freut mich wieder und wieder und ich mache es natürlich gerne weiter, einfach nur dankeschön, und da sehe ich auch den Mario im Chat, ja, wobei das Inventar hatten sie tatsächlich auch schon in Origins, also das ist jetzt, der guckt, glaube ich, in meine Richtung, also ich sollte andersrum rumgehen, ähm, es ist halt so, mich hat es so ein bisschen an Destiny erinnert, muss ich sagen, halt so Destiny-like, dann sage ich, Grüß, Poratis, und, äh, du natürlich auch, schönen guten Abend, vielleicht den einen oder anderen überlese, schreibt nochmal, das ist keine böse Absicht, aber, ja, man muss in dem Spiel so ein bisschen beobachten, ihr habt ja gesehen, was passiert, wenn man halt nicht beobachtet und die Dudes dann einfach irgendwann einen überrennen, weil ich sie halt eben nicht gescannt hatte, äh, bin ich halt nämlich genau einmal reingerannt, also ich sollte die beiden da hinten eventuell doch jetzt machen, äh, keine Ahnung, da müssen wir irgendwie erstmal rüber, und, Roleplayer, danke schön natürlich auch an deinen Host, oder für deinen Host, von PsyDogs, schönen guten Abend, was, was, was habe ich gesagt, mit Muss, irgendwas mit Muss habe ich gesagt, ich muss weitermachen, nein, ich will weitermachen, es kommen noch so viele Spiele, äh, die nächsten sechs Monate ist für mich halt Gaming-Paradies, jeden Monat kommen irgendwie Games raus, wo ich mich drauf freue, endet natürlich als alter From-Software-Fan, ähm, für mich natürlich mit Sekiro im März nächsten Jahres, das habe ich eben schon auf der Gamescom gespielt, habe mir ein T-Shirt mitgenommen, und, äh, es sieht verdammt geil aus, was From-Software da macht, ich hoffe, äh, dass es wirklich ein cooles Game halt wird, der Bollemarsch ist im Arsch, das war Sparta, ich liebe diesen Kick, ey, der Kick ist einfach gut, einfach mal weggekickt, oh man, komm, gut, jetzt wird Boratis, ja, der Fallschaden ist real in dem Spiel, ähm, ja, das sind immer noch verdammt viele, wir haben kein Kopfgeld mehr auf uns, weil wir anscheinend gestorben sind, dann, ich glaube, wir machen dann da hinten mal die Moped-Männer noch frei, können hier unten noch den Startschatz verbrennen, dann können wir nachher vielleicht sogar noch einen Putsch hier machen, es gibt halt diese Mechanik, ähm, die ist glaube ich neu, die gab es in Origins nicht, ähm, in jedem Gebiet ist eine, also, wir haben ja nicht Assassinen gegen Templar, sondern Athena gegen Spartaner, und ein Gebiet wird immer von einer Fraktion dominiert, und wir müssen die Fraktion schwächen, indem wir zum Beispiel hier diese Dinger da kaputt machen, und dann seht ihr hier, äh, da wird die Startstärke niedriger, und wenn die Startstärke dann niedrig ist, können wir den Dude da hinten, ähm, irgendwann angreifen, und können so eine Eroberungsschlacht auslösen, dann können wir uns auf eine Seite schlagen, und, ähm, dafür kriegen wir dann halt Loot, und je nachdem, für welche Seite wir uns dann entschieden haben, wechselt halt die Macht, und dann kannst das Spiel wieder von vorne anfangen, und dafür kriegst du dann auch immer, äh, epische Ausrüstung, und XP, das ist halt nochmal quasi so ein Minisystem, kannst du nutzen, musst du nicht, ja, und der Kick ist halt super zum Betäuben, ein Quantum Code, wenn du die Leute anheuern willst, dann willst du die ja nur K.O. schlagen, äh, und nicht töten, so kannst du dann sicherstellen, dass du sie halt eben nicht tötest, und sie in deine Mannschaft halt, äh, stecken kannst, ähm, da vorne kommt eine Wache noch auf mich zu, jetzt den unten zu machen wäre dumm, weil oben links am Bildschirmrand der 26er noch ins Bild läuft, ja, die Story ist okay, ich habe ja am Anfang gesagt, ist jetzt keine Rocket Science Story, dass du sagst, boah, hast du noch nie gehört, ist mehr oder minder eine Rache Story, weil, äh, sie wurde als Kind, besser gesagt, dafür verantwortlich gemacht, dass ihr Bruder gestorben ist, ja, und im Endeffekt waren wir jetzt auf Rache aus, gegenüber dem Vater, suchen jetzt die Mutter, also, äh, ist jetzt halt nicht, dass du sagst, habe ich noch nie gesehen, ist okay, dient als Story, funktioniert als Story, aber ist jetzt halt nicht bahnreichend, so, jetzt können wir erstmal skillen, das machen wir jetzt auch erstmal, das haben wir ja gerade im Kampf alles tatsächlich, ähm, mehr oder minder geskippt, dann gucken wir einmal, die Fähigkeit würde ich nämlich dann jetzt sagen, packen wir direkt auch weiter, ach, da komme ich noch gar nicht rein, doch kann ich, ähm, und das macht 25% effektiveres Feuer, ja, let's go, und dann können wir die beiden hier noch weiter aufskillen, und dann haben wir nämlich sowohl Gift, als auch Feuer, ich bin jetzt zweimal 29 geworden, ja, der Save war vor dem Level ab, ja, klar, also ich kann jetzt hier einmal gerne, nee, ich kann nicht speichern, weil ich neuen Combat bin, also, ich muss den ganzen Kram halt jetzt nochmal machen, ja, ja, klar, weil das gerade so hart eskaliert ist, und der vorher nur gesaved hatte, ist es möglich, die ganze Map zu erkunden, ohne Story freizuschalten, also, theoretisch möglich schon, was sich halt wahrscheinlich hindern wird, ist das Level, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach Mazedonien will, was 29 anfänglich ist, ähm, du musst halt, wenn du alles erkunden willst, hier rein, äh, und da sind halt Gegner, und tatsächlich, ähm, zwei Level drüber, one-shottet dich fast, mich hat ein zwei Level Eber, äh, Eber, der zwei Level über mir ist, fast one-shottet, also, ich war einfach nur am Vorbeilaufen durchs Gebiet, der Eber kam an, hat mich angecharged, und ich bin fast aus dem Leben gefallen, also, wir hatten, das wird schwierig, also, Unterlevel hier in dem Spiel was zu machen, ist richtig hakelig, kannst du schon Pfeile craften? Ja, Todespfeile kann ich craften, äh, ich hab halt nicht auf Bogenschütze gespielt, also, da siehst du, dass ich die wechseln kann, das sind die Todespfeile, und das sind die normalen Pfeile, also, zwei verschiedene Pfeile, ähm, hab ich, aber, da hab ich keinen Wert drauf gelegt, weil ich keinen Aim habe, mach halt mehr Dark Souls, Dark Kampf Zeug, Hm, der da hinten hat mich gesehen, hier der Dude, Ich bin enttarnt, warum? Weil der mich gesehen hat, weiß noch nicht mal, wieso, Wer hat mich denn jetzt genau gesehen, und warum? Aber, äh, kann ich mit der Theorie richtig liegen, Vivi? Dass das kritische Attentat Adrenalin kostet, wobei, ich kann mal ganz kurz nachgucken, ähm, weil dann ist, hab ich verstanden, warum es manchmal nicht funktioniert, das war mir aber bis gerade, wie gesagt, gar nicht klar, Fähigkeiten, warte mal, Präzises Attentat, Führer einen Schleichangriff mit tödlicher Präzision aus der Attentatschadeneinricht, dafür muss ein Reich von der Aushalbekonflikt sein, steht nicht dran, aber ich würde sagen, das kostet Adrenalin, ist so, okay, weil Vivi und ich immer gerätselt haben, warum es manchmal funktioniert und nicht, wir halten die Taste und dann passiert nix, äh, Kacke, ey, aber das ist meine Chance, ich plünder nämlich jetzt nur den Startschutz und schwäche die Dudes dann erstmal, nämlich anderswo, Was war jetzt der Schatz, Schatz? Da vorne. Au! Au! Alter, der Feuerschaden, der macht so viel Schaden, leckt mich am Po, da wirst du ja nicht mehr froh. Tschüss! Bin raus! Total sneaky! Ja, erstmal die, äh, Agro auf die andere Ecke des Gebäudes gelenkt und dann, äh, wird alles gut. Habe ich jetzt die Quest abgeschlossen? Ja, eigentlich schon, ne? Ufei! So, Ruhe! Guti! Dann haben wir, äh, keine Ahnung, wie viel Geld dafür bekommen. Dann haben wir ja noch die anderen Quest hier auf der Karte offen. Äh, dann machen wir mal den Kram erstmal ganz, ganz viel dazu. Ein Land der Gesetzen, äh, Anwerbungskampagne. Rüste das Schiff, das, äh, machen wir da. Schließe die Höhlenziele ab. Ähm, Paradiesische, wo geht sich nach Mykonos? Finde und beschaffe die Miltos, äh, zog nach Lestris, südlich von Chaos. Okay, das ist ein Schiff. Wir sind keine Diebe. Finde und beschaffe die uralte Karte. Im Haus des Anführers. Okay, dann können wir die ja noch machen. Die ist ja noch hier. Weil hier ist jetzt ja, äh, achso, warte mal, dann muss ich ja wieder markieren. Weil wir spielen tatsächlich den, äh, Erforscher-Modus. Ähm, das heißt, wir kriegen die Questziele nicht instant markiert. Wir müssen die uns zusammensuchen. Ähm, ähm, die Karte würde Haus des Anführers in Chaos. Okay, Haus des Anführers. Wo ist das denn? Das Haus des Anführers steht in Päucher. Päucher, Päucher, Päucher. Wo ist denn Päucher? Päucher. Wir sind auf Chaos. Ja, und wo ist, äh, Päucher? Aber das sehe ich im Moment nicht. Päucher, Päucher, Päucher. Gibt es noch einen Teil von Chaos, den ich nicht sehe? Ach, da unten. Ne, Quatsch, das gehört auch nicht dazu, oder? Doch, dann müsste das das eventuell sein, weil das gehört alles zu der Region von den Pirateninseln. Aber da steht ja Chaos. Im Haus des Anführers von Chaos. Das Haus des Anführers steht in Poyessa. Aber wo ist denn Poyessa? Ach, Poyessa ist die Stadt wahrscheinlich. Sekunde. Äh, dann habe ich die Stadt wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Also vielleicht woanders. Das Dorf liegt Nordosten des Löwenhügels. Nordosten. Also wahrscheinlich da. Okay. Und Schlaubums. Sei gegrüßt, mein Guder. Schönen guten Abend. Und Dankeschön für sechs Monate. Und er sagt, yeah, sechs Monate. Sag ich auch. Dickes Dankeschön, geht raus, Mann. Das Feuer war in Origin schon okay. Ja, deswegen skille ich da jetzt ja mittlerweile auch drauf. Dann haben wir nämlich Gift und Feuer. Wobei ich mich jetzt frage, was hat uns das jetzt für die Main Story gebracht, die Quest? Wir haben halt nur eine kleine Information halt bekommen, dass unsere Mutter Piratin war. Mehr letztendlich noch nicht irgendwie. Oh, die man hat Holz. Ja, die kloppen sich da unten einfach gerade mal zu Brei. Sollen sie mal machen. Das brennende Wundgift des Todes. Ja, klar. Na klar. Einfach komplett alles zu dorten. Dotz-O-P-E. Mehr Holz. Müsste das ja hier irgendwo sein. Klaus des Anführers. Oh, ich höre schon wieder wilde Eber. Naja, aber ich lag richtig. Außer, dass der Eber mich jetzt wahrscheinlich gleich angreift. Geh mal bitte weg, du Eber. So. Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Wo? Plus drei. Ja, natürlich. Die ist wichtig, Rollator. Ohne plus drei minderwertiger Crap. Das wissen wir ja. Boah, da ist ein ganzes Lager voller Schweine. Schweine und Löwen. Die sind sich da gegenseitig irgendwie am Bekriegen. Schatzblendern. Vielleicht soll ich in der Höhle des Ares erst mal den Löwen machen. Okay, der Löwe hat anscheinend schon mal, ähm, dafür gesorgt, dass jetzt Ruhe im Puff ist. Ah, da ist ein Schwede ganz schön hell hier drin. Höhle des Ares. Okay. Ach so, doch, okay. Ich dachte, ihr saß doch, ist ja wieder Kultisten-Moped-Männer. Ich war gerade nicht sicher, wer die Moped-Männer sind. Alter, die halten aber aus. Was ist denn mit denen? Okay, ich hätte vielleicht, ähm... Gut. Ah, das ist wieder ein Kultist, bete ich mit euch. Weil der so hart ist. Im Gegensatz zu den anderen beiden. Da habe ich mich nämlich jetzt gerade gewundert, welches Level der hat. Weil die anderen gehen ja doch relativ schnell kaputt. Aber der Dude ist richtig finster. Weil der drückt auch ganz gut... Gelb! Ah, der steht hier aber auch direkt zu einer Kante, wo ich nicht rankomme. Komm doch mal ein Stückchen da bitte von der Kante weg. Ach, jetzt hat er auch da gebt. Ja, das ist okay. Ich sehe nur nix. Ja, Kultist, habe ich doch richtig gesagt. Alter Schwede, aber zufällig wird er einen Kultisten gefunden. Tod bestätigen. Was gibt er uns denn für Ausrüstungen? Stiefel der Unsterblichen. Und noch ne Scherbe. Perfekt. Kultisten-Mann erledigt. Weil ich habe mich schon gewundert, warum ich so wenig Schaden mache. Ach so, das ist der Schatz. Den nehme ich natürlich gerne mit. Dann haben wir noch einen zweiten Schatz hier irgendwo. Was? XXX steckt immer gerade zu einer Kultist. Hatte der einen Namen? Den habe ich gar nicht gesehen. Und Tinder los. Im 15. Was? Mit Delete? Nix Delete. Ich hoffe, du bleibst mit sehr alten Tinder los. Und wenn nicht, würde ich wissen wollen, warum. Ich hoffe, du bleibst. Nix. Dankeschön. Für 15. Schönen guten Abend natürlich auch gewünscht, Tinder los. Ja, erst drauf und erst ploppen und dann Fragen stellen. Die Frage ist, wo der zweite Schatz ist. Da vielleicht, wenn das noch dazu zählt. Ja, wird wahrscheinlich noch dazu zählen. Äh, vielleicht. Noch nicht sicher. Ich sehe nichts. Ja. Zählt dazu. Perfekt. Ist sogar besser als meine Rüstung. Nein, Quatsch. Sind alles aus Gaming oder aus Spielen. Ein Quantum Code. Einfach aus. Ich hänge an dem Nüppel fest. Einfach-Spiel-Soundtracks. Stiefel, der unsterblich von jemandem zu looten, der gerade gekillt hat. Klingt irgendwie unglaubwürdig. Tatsächlich, ja. Produkt scheint minderwertig zu sein. Aber wir können mal gucken, was wir gelootet haben. Können wir vielleicht anziehen. Ähm, so. Inventar. Gab's neue Waffen? Ähm. Attentat. Jäger. Adrenalin pro Treffer. Kriegerschaden. Kriegerschaden. Schaden gegen spartalische Soldaten. Also die kann ich schon mal entrümpeln. Die kann ich entrümpeln. Ähm. Das sieht alles jetzt nicht besser aus. Also das können wir erstmal so lassen. Äh. Neun Bökchen. Nein. Neue Brüste. Aha. Jägerschaden. Schwere Kollenschaden. Kriegerschaden. Attentatschaden. Schaden mit schweren Waffenschaden bei Tieren. Ist alles jetzt nicht so geil. Jägerschaden und Gesundheit. Ich verliere Gesundheit. Ich gewinne Schaden, den ich nicht unbedingt brauche. Gut, der. Aber der Jägerschaden ist halt ein bisschen ranzig. Äh. Schaden mit schweren Waffenschaden bei Tieren. Denn es ist beides jetzt nicht so der Hit. Ich lasse es mal drin. Vielleicht ziehe ich es irgendwann an. Aber ich hoffe, ich finde was besseres. So. Blaue Schuhe können weg. 27. Kriegerschaden. Kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Und wir haben drauf Gift und Brandwiderstand. Und Kriegerschaden. Das ist beides jetzt auch nicht so viel anders, ne? Keine Ahnung. Dann nehme ich lieber den Gift und Brandwiderstand. Weil da kriege ich im Moment eh so viel Schaden. Keine Ahnung. Was bringt das gravierender? Kannst du dir da auch Effekte drauf machen. Ähm. Wie jetzt halt, was weiß ich. X Prozent Crit oder mehr Schaden. Oder ähm. Was du halt freigeschaltet hast. Musst du halt erst freischalten. Bis halt quasi noch einen Bonus-Effekt drauf machen. Ja, da habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken drum gemacht. Wie gesagt, weil die Ausrüstung wechsle ich halt so schnell. Ich spiele halt nicht mit an einem Set, was ich immer aufwerte. Ich ziehe halt das an, was ich finde. Und wie gesagt, das, was ich haben will, gucke ich mir da auf Max-Level an. Kann man die nicht verkaufen? Ja, kann man schon. Aber ich brauche halt die Ressourcen, weil ich mein Schiff noch weiter aufwerten will. Und das kostet halt alles massiv. Äh. Holz und Zeug. Wir können mal ganz kurz gucken, ob ich das Schiff nochmal einen aufwerten kann. Äh. Ja. Das heißt, wir könnten die, ähm, Sperre nehmen. Das würde passen. Mit 11.000 und 1.000 und 9.000 und gedöhnt's. Ja, dann macht er mal die Wurfschwere. So. Und jetzt brauchen wir Geld und Holz und alles. Alter. Repuls. Ja, und das lasse ich mal. Da haben wir ja das Ding, was wir für die Quest anziehen sollen. Bindung beschafft die Karte. Haus des Anführers. Wobei der Anführer ja gar nicht da ist. Das ist ja eher so ein kleines Häusken. Dagegen war das andere Ding ja, wo er schon war, richtig, äh, hardcore. Ich lasse mich lieber nicht sehen. So, Nummer 1. Kannst du das Spiel empfehlen? Mir macht es verdammt viel Spaß. Auf jeden Fall, Zimt. Wie gesagt, natürlich ist es immer persönliche Geschmackssache. Aber ja, ich feiere das Spiel gerade extrem. Und hätte nicht gedacht, dass ich es tue. Weil Assassin's Creed schon sehr lange für mich ausgelutscht war. Mit Origins ging es wieder in eine gute Richtung. Hat mich aber nicht so gehuckt. Ähm, und das hier hat mich jetzt extrem halt abgeholt. Und das hier hat mich jetzt extrem halt abgeholt. Ist natürlich immer alles ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ich kann auch noch nicht mal sagen, warum. Also mir macht es halt eben einfach nur verdammt viel Spaß. Und das letzte Mal, dass ich das in Assassin's Creed hatte, war halt in Black Flag. So. Dann haben wir den auch erledigt. Und dann müssen wir uns einmal den Schatz noch snacken. Der oben ist. Ah, da. Kiritu, den Partner zurück. Wie will Kiritu, Se Partner zurück? Genau. Ist eine Mischung aus Origins und Black Flag, äh, Rundle. Da trifft es auf jeden Fall. So würde ich es auch beschreiben. Oder habe ich es auch schon beschrieben. Hast du schon Xenoblade Story, die jetzt hier gespielt? Nein, Mark. Ja, da habe ich im Moment keine Zeit für. Ich habe es halt ein bisschen bei Vivi halt gesehen. Die hat es halt gestreamt. Oder ist noch dabei. Aber ich weiß nicht, was ich halt noch machen soll. Leider nein. Was fragt sich, warum die Mods so gewalttätig sind? Wieso sind die Mods gewalttätig, Mopsi? Die beschützen dich und mich und uns. Also, die Mods sind unsere Freunde. Kein Futter. Das ist alles so langweilig. Was machst du hier? Oh, ich? Ich war, äh, zufällig in der Nähe. Was ist mit deinem Geschäftspartner? Er hat geschäftlich zu tun. Er musste schnell weg, also bin ich gekommen. Verstehe. Hast du die Tafel schon? Bevor ich dir irgendwas gebe, will ich meine Drachmen. Aber natürlich. Du bist eine Frau nach meinem Geschmack. Weißt du? Danke. Hier ist die Tafel. Ausgezeichnet. Jetzt können wir endlich zur Sache kommen. Au. Mal sehen, was wir hier haben. Sag mich nicht. Das ist ja schlimm. Das ist interessant. Der Schatz ist in minoischen Ruinen versteckt. Ach so, das hat ja keiner gesehen. Null. Kannst du nicht schwimmen? Ich bin Piratin. Natürlich kann ich schwimmen. Ich... mag bloß keine Haie. Dann bist du nur feige, nicht unsportlich. Ich muss nicht schwimmen, wenn ich eine zuverlässige Söldnerin habe, die es für mich tut. Ich bin vielleicht an einem Abenteuer interessiert. Und ich verspreche dir, es wird eins, das du nicht so schnell vergisst. Sonst soll mich Poseidons Breizack aufspießen und in die Tiefe zerren. Nun gut. Ich denke, ich kann dir helfen, den Schatz zu bergen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Endlich. Poseidon hat mich auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Hier. Nimm diesen Schlüssel und begib dich zur Südspitze von Chaos. Dort findest du den Eingang zu den Ruinen. Er ist klebrig. Ist das Blut? Götter, nein! Ich habe eben einen Granatapfel gegessen. Beeil dich. Die Zeit rennt. Was genau ist dieser Schatz? Er soll in den uralten Ruinen von Kinastross sein. Also ist es ein seltenes Artefakt aus der Zeit, bevor die Insel besiedelt wurde. Aha. Quest abgeschlossen. Und die neue angenommen. Und wir haben schon wieder einen neuen Mopedmann hier irgendwo am Schlüssel. Der kommt gerade ins Dorf. Ich möchte mal bitte ganz kurz in den Busch. Das machen wir gleich. Oder Hashtag später. Oder was weiß ich. Weil ich würde gerne mal weiter kurz die Mainstory noch machen. Weil wir verrennen uns nämlich jetzt hier dann schon wieder auf der Insel in die Nebenstories. Ähm... Ergo. Gucken wir mal. Wir haben nämlich noch zwei Hauptstories auf. Land der Gesetzlosen, ein Rezept der Entdeckung. Ähm... Wo ist das denn? Land der Gesetzlosen, um ein Mädchen zu finden. Und was war jetzt? Niemand ein Schaden? Achso. Da. Niemand ein Schaden. Sprich mit Hippocrates. Wo ist denn Hippocrates? Achso. Das ist ja der hippokratische Eid von dem Dude, wa? Der ist hier. So. Dann gehen wir nämlich nach da. Und sprechen jetzt erstmal mit der Hauptstorie. Also besser gesagt, Hippocrates. Ei, ei, ei. Nein. Du willst am Anfang auszimt, ob du Männlein oder Weiblein spielst. Danach wechselst du nicht mehr. Also nicht wie in Syndicate. Und Kombinanzgäste. Sei gerüchst und genannt. Schon gehypt? Im Moment bin ich auf das Spiel gehypt, Kenji. Ich bin immer auf das gehypt, was ich als nächstes spielen kann. Das heißt, wenn überhaupt auf Sinners. Weil das kommt am 18.10. Das ist das nächste Spiel, was halt rauskommt. Das heißt, ich hype mich nicht auf die Spiele, die... Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin auf Cyberpunk gehypt. Und warte zwei Jahre. Und mach zwei Jahre nix. Ich freu mich halt immer auf das, was als nächstes kommt. Und im Moment ist es halt jetzt sogar das Spiel, was ich gerade spiele. Und heute sei auch gegrüßt und guten Abend. Ja, keine Ahnung. Und dann brauchen wir noch mehr Kultisten und haste nicht gesehen und Fennex sei gegrüßt. Dark Souls auf der Switch? Nee, gar nicht, Diddy. Gar nicht, muss ich sagen. Keine Ahnung, nachdem jetzt ja auch gerüchteweise es ja noch nicht mal die Remastered-Version sein soll, sondern mehr oder minder eine portierte Prepare-to-Die-Edition. Äh, nee, ich hab's halt auf der PS4 auf Platin gespielt. Das brauche ich echt nicht nochmal auf der Switch haben. Also, nein. Ja, die müssen halt extrem viel reinladen, stimmt. Dafür hast du halt hier im Spiel so gut wie keine Loading-Screens und, äh, wenn er halt von einer Region in die andere halt wächst, ist klar, der muss erstmal alles reinladen, was er danach dann wieder streamen kann. Du bist Hippokrates? Upgrade your Spear, Socks. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben, nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch eine verirrte Anhängerin des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Chrysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Pianist sei gegrüßt. Brother of Mars sei gegrüßt. Soweit alles perfekt. Ich hoffe bei dir auch. Und auch danke für deinen Host natürlich. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates' Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet er nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt, aufgebrochen und vergaß sie. Was sind das für Utensilien? Nur einige medizinische Dinge. Messer und Fäden für die Nähte, Verbände. Oh, und ein Beutel, um die Gedärme zu leeren. Das ist hoffentlich gut eingepackt. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ja, aber ich mache es nicht umsonst. Hier, nimm das. Vielleicht kann Hippokrates dir ja noch beibringen, dass man Menschen in Not hilft, wenn du mit ihm sprichst. Woran kann ich ihn denn erkennen? Suche südöstlich von Heras Wache, in der Nähe der Höhle des Pan. Er steht dort vor einer langen Schlange kranker Menschen. Du erkennst ihn an der kahlen Stelle. Aber sprich ihn bloß nicht darauf an. Okay. Den haben wir anscheinend schon irgendwann mal hier gesehen. Und die SSD? Kann ein Mann allein Ihnen helfen? Ich glaube nicht, dass halt eine SSD das wirklich viel, viel schneller macht. Weil er muss das halt eben von der Festplatte in den Grafikspeicher halt kurbeln. Interessant ist, dass da ein unentdecktes Ding ist, was so leuchtet. Das würde ich... Aber das ist nicht mehr in dem Gebiet, verdammt. Sondern in Arkadien. Weil diese goldleuchtenden Dinger waren immer diese mystischen Orte. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, sprich mit Hippokrates. Ja gut, können wir uns hier importen. Ähm, ein paar Sekunden wirst du rausholen. Aber es bringt halt nicht so viel. Ähm, von daher mehr oder minder irgendwann eine neue Konsolengeneration. Schnellerer Speicher, bessere Grafikkarte. Dann wird es auch wieder schneller. Es liegt nicht nur allein an der Festplatte. Ja eben, es geht ja nicht nur rein um den Festplattenzugriff. Sondern das, was er halt in den... Also quasi in den Speicher und in den Grafikspeicher halt laden muss. Ähm, Endrix. Warum macht dir Kassandra Angst, Wardray? Ist halt, äh, ähm, 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 ja mehr oder minder, was man so Richtung Amazone, glaube ich, beschreiben würde. Eigentlich könnte man sie vielleicht auch Tomb Raider-Frau nennen. Wie hießen die? Äh, Lara Loft, äh, Kroft. Weil vielerorts erinnert sie mich tatsächlich an, an, an die neue Tomb Raider-Dame. Und Minosos, sage ich, grüßchen und abends. Wie weit seid ihr denn, die alle Assassin's Creed Odyssey spielen? Sagt mal euer Level. Würde mich mal interessieren, wie weit ihr schon gesuchtet habt oder ob ihr gerade angefangen habt oder so. Und ja, Empfehlung geht raus für das Spiel. Wer nochmal fragen mag. Janik ist 25, Alter, ich schläge doch Gas. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider. Das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratus bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratus ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Natürlich. Ich bin eine Söldnerin. Gierig, aber immerhin ehrlich. Wie darf ich dich nennen Söldnerin? Kassandra von Sparta. Was verschlägt dich hierher, Kassandra von Sparta? Hippokrates, ich brauche deine Hilfe. Man sagte mir, dass du einst meiner Mutter geholfen hast. Ich bin auf der Suche nach ihr. Wir sehen hier jede Menge Mütter. Sie kommen den ganzen Tag, damit Hippokrates sich die Kinder ansieht. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates. Ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich, doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Alter Schwede. Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Ihre Abwesenheit. Ja, ja. Mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Fidjas. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Gegen mich. Wer bin ich, dass ich einer Söldnerin sagen könnte, was sie tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Und Terniger, sei gegrüßt. Nee, wäre schlimm, wenn ich hier während der Arbeit einschlafen würde, glaube ich. Sei gegrüßt. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Nackter Toni, sei gegrüßt. Und Brandy, du natürlich auch. Hat Krüsis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht. Aber der örtliche Befehlzauber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über alle Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Was ist eigentlich so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes. Auch über die sogenannte Heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Die Leute, die gerade ein höheres Level als ich haben, also 30 plus, konzentriert ihr euch mehr auf die Hauptstory? Oder macht ihr tatsächlich jedes Fragezeichen, was ihr findet? Und seid vielleicht in der Hauptstory sogar noch weniger weit als ich? Würde mich mal interessieren, ob jetzt die Hauptstory mehr bringt oder die ganzen Nebenkram. Weil wir machen, oder ich mach halt mehr oder weniger eine Mischung. Halt ein bisschen Mainstory und dann mal wieder ein bisschen Nebenzeug. Ähm, und ich bin jetzt bei 45 Stunden Spielzeit. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Nebenquests only. Und ein paar Fragezeichen. Ich mach jedes Fragezeichen. Okay. Alles klar, okay. Vivi, du darfst jedes Lager wegbrezeln, brutzeln, rotte alle aus. Gönn dir. Ei, ei, ei. Jetzt hab ich die Quest nicht angenommen. Kacke, verdammt. Ach, Mistig. Wie hieß denn jetzt die Quest? Jetzt hab ich nämlich nicht gesehen, wie sie hieß. Achso, okay. Der nächste bitte. Das war die Nutizen. Oder war das das da? Ich schaffe die Information vom Priestheim-Hallichtumnis. Okay. Alles klar. Ähm, dann spinnt mein Headset hier rum. Und Kari, sei auch gegrüßt. Schönen guten Abend. Und 32er-Move-Do natürlich auch. Ähm, wir schaffen die Information vom Priestheim-Hallichtumnis-Dingsbums. Okay. Das Heiligtum befindet sich in Argolis. Wo ist denn Argolis? Ähm, Argolis haben wir da. Ne, das ist Argos. Ähm, Argolis ist der Ort. Tal der Träume. Haben wir da. Es liegt westlich des treuzen Militärlagers. Ja, was wir noch nicht entdeckt haben. Also müssen wir da tatsächlich erstmal hin und den Punkt irgendwie synchronisieren und die ganzen Quests annehmen. Lull. Da haben wir ja doch noch einiges zu tun. Let's, ähm, go. I would say. Tal der Träume und, äh, westlich des treuzen Militärlagers. Okay. Dann müssen wir uns da mal hinwubbeln. Du bist schon lange hier. Ich hab dich bis jetzt noch nicht gesehen, Kari. Deswegen schön guten Abend. War ja ein bisschen voll. Und dann zwischendurch hier so viel Action. Das macht's immer schwierig. Komm ran, Plötze. Markus war voll. Ne, der Chat war voll. Nicht ich. Ich hab nämlich gelernt, man kann vom Pferd looten. Das macht's natürlich dann, äh, man kann dann ja mit dem Pferd auch looten, ne? Äh, dann, äh, ist voll ne gute Sache. Ah, mein Ziel ist in der Nähe. Äh, schon mal ein Anfang. Achso. Na dann. Na dann. Ja, ich würde aber erstmal gerne synchronisieren. Oh. Oh. Entschuldigung. Ich wende mich lieber an einen Arzt, wenn ich krank bin. Und Headshot ins Knie. Haut einfach mal ein paar Bittis auf den Tisch. Und was? Und dann sag ich halt so. Guten Abend. Headshot ins Knie. Guten Abend. Dickes Dankeschön für die 100 Bittis. Und sorry. Hab ja gerade noch gesagt. So viel und so voll. Und hier passiert so viel. Ja. Dankeschön für den Gia und die Bits. Unfruchtig Fresh Fashion. Sei gegrüßt. Schönen guten Abend an dich natürlich auch. So, ich soll hier jetzt nochmal was markieren. Wobei hier anscheinend 1000 Ärzte plötzlich sind. Da ist er. Ich kann mich anscheinend nicht entscheiden, welcher Arzt der richtige ist. Deswegen muss ich jetzt alle markieren. Da vorne ist er. Ja, wer denn nun? Ach, von den Priestern. Das ist Plural. Das sind anscheinend drei. Naja, gut. Okay. Also der gibt Informationen und hat eine Quest. Ekelhaft. Wenn du wegen des Läuterungsbads gekommen bist, musst du später wiederkommen. Ich suche nach Informationen. In dem Fall kannst du dich in den Hades verdrücken. Ich muss etwas über eine Spartanerin erfahren, die vor vielen Jahren hier vorbeikam. Hat dir der Vogel ins Ohr geschissen? Ich habe strikte Anweisung. Nicht mit Söldnern zu sprechen. Insbesondere nicht über Spartanerinnen oder verletzte Kinder. Okay. Was hat der für Fetische? Super Fluffy. Sei gegrüßt. Schönen Abend. Mein Adler wird euch die Zunge rausreißen, Priester. Vergebt mir. Nicht die Zunge. Nicht wie bei Nidon. Krysis bedroht jeden, der mit der Adlerfrau spricht. Tut sie das? Erzählt mir mehr über die Frau und ihr Kind und ich werde euch nicht im Badehaus ertränken. Wie wäre das? Bitte nicht. Da liegt schon eine Leiche drin. Was soll das heißen? Schlangen. Schlangen. Sie sind überall. Müssen aus der Tolos entkommen sein. Wir halten sie für Behandlungen. Sie sind in das Badehaus eingedrungen. Haben die Schlangen jemanden getötet? Einen Patienten, der sich selbst läuterte, als sie ausbrachen. Er hat panische Angst vor Schlangen. Fiel sofort tot um. Jetzt ist er selbst ein Schlangennest geworden. Wenn ich mich um dieses Schlangenproblem kümmere, redet er dann mit mir? Aber ganz bestimmt sogar. Das Läuterungsbad ist ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Was hat ein Bad mit der Heilung der Kranken zu tun? Asklepius besucht nur die Träume der Geläuterten. Wenn die Kranken ankommen, bringen sie ein Opfer da und reinigen ihre Körper im Badehaus. Nur dann dürfen sie im Abaton ruhen, wo sie Asklepius besucht und heilt. Wie konnten die Schlangen ausbrechen? Warum befanden sich so viele im Heiligtum? Frag das Dorios. Er kümmert sich um sie in der Tolos. Patienten mit geistigen Beschwerden werden durch die Schlangen geheilt. Ihre Zungen sind wie die Küsse der Götter. Okay. Ich kümmere mich um diese Schlangen. Ikaros hat sicher Hunger. Versuch sie nicht zu töten. Dorios wird wütend, wenn du seine heiligen Schlangen in Stücke schlägst. Wie soll ich sie dann aus dem Bad bekommen? Die Schlangen werden von der Hitze des Bads angezogen. Treibe sie mit kaltem Wasser zurück in die Tolos. Es gibt ein Rohr im Boden, das du nutzen kannst. Oh mein Gott. Ich kümmere mich um das Schlangenproblem. Dann werdet ihr mir sagen, was ich wissen will. Kümmer dich um die Schlangen. Äh, die unterirdischen Rohre sind mit einer Wasserquelle verbunden. Aha. Nun, jetzt muss ich Schlangen löschen. Bream, komm auch gut ins Bett. War ein geiler Stream, sagst du? Dann sag ich Dankeschön für das Kompliment, Mann. Bis zum nächsten Mal. Morgen Abend geht's natürlich dann direkt schon weiter. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie reinkomme. Ähm, nee, hier nicht unterirdisch. Okay, wo soll das denn sein? Da hinten? Erkundungsgebiet. Die unterirdischen Dinger sind mit einer Quelle verbunden. Hm. Wir müssten ja dann aber so in Richtung nach da gehen, oder nicht? Aber ich kann ja noch nicht tauchen. Weil hier bin ich auch schon nicht mehr im Erkundungsgebiet eigentlich. Oder ich denke, zu kompliziert. Matein, sei gegrüßt, guten Abend. Sehe ich das hier? Äh, da ist irgendwas komplett anderes. Okay. Ähm. Wo soll das sein? Weil hier bin ich auch schon nicht mehr im Erkundungsgebiet. Das wäre jetzt hier eigentlich logisch. Wenn da jetzt irgendwo das Rohr wäre. Aber hier ist kein Rohr, weil es steht ja oben auch nicht mehr im Erkundungsgebiet dran. Das Erkundungsgebiet ist echt hier irgendwo... Die unterirdischen Rohre sind in einer Wasserquelle verbunden. Oder das ist irgendwo einfach nur ein Spot, den ich dann antacken... Äh, also an... Äh, markieren muss. Da. Ich dachte jetzt an ein Rohr, wo ich durchgehen soll. Okay. So. Schlangenproblem gelöst. Ja, die Grafik ist absolut Hammer. Wie gesagt, ähm... Leider reicht die Bitrate nicht. Ich spiele selbst auf dem 4K-Monitor auf 4K. Ähm... Leider reicht die Bitrate nicht gerade in Bewegung, um halt die volle Pracht halt darzustellen. Weil es dann leicht ein bisschen verpixelt. Beziehungsweise ein bisschen unscharf wird. Aber alleine so die Farben und... Und... Ich hoffe, ihr könnt erahnen, wie geil es eben auf meinem Monitor aussieht. Wie gesagt, sorry, dass ich das im Moment nicht so in den Stream halt bekomme. Wie gesagt, da fehlt einfach die Bitrate. Die ich hätte, aber ich darf halt nicht mit mir streamen bei Twitch. Und? Ist das Badehaus schlangenfrei? Ich habe das Bad mit kaltem Wasser geflutet. Gute Arbeit! Nun? Nun was? Ich habe die Schlangen erledigt. Jetzt erzählst du mir von der Spartanerin und ihrem Säugling. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nichts. War vor meiner Zeit. Der Einzige, der etwas weiß, ist Midon. Aber der sagt dir nichts. Der sagt keinem mehr irgendwas. Hahaha. Hahaha. Und Rollator, komm gut ins Bett, schlaf gut. Verfluchte Schlangen. Pfff. Immerhin habe ich einen Namen. Midon. So, dann kann ich ja die Quest jetzt tatsächlich weiter fortsetzen. Ähm. Das heißt, wir müssen einmal wieder die andere Quest aktivieren, um die Priester wieder zu aktivieren. Also wieder einmal komplett zurück. Und das war... Beschaff-Informationen von den Priestern. Ja, mal gucken, ob die jetzt noch markiert sind. Ja, sind sie noch? Na, immerhin. Na, wenigstens etwas. Ach so, äh, Kamera. Sag doch was. Ähm, Sekunde. Kann man ganz kurz hier noch, äh, was bauen. Alter. So. Da oben irgendwo. Ich bin ein Laptop-Gamer. Ich habe eine GeForce 1050. Ist halt trotzdem krass. Ich bin kein PC-Gamer, muss ich sagen. Weil irgendwie spiele ich irgendwie alles meistens nur auf der Konsole, wenn es irgendwie geht. Irgendwie ist es jetzt kaputt. Äh, ja, der Stecker wackelt ein bisschen. Deswegen höre ich auf dem linken Ohr nichts. Also nicht der hier, sondern der Mischwold. Ach, alles, alles rippt diese Technik, ey. Okay. Und was schwebt euch vor? Es gibt Gerüchte über einen Stier mit einer Haut, weiß wie Schnee. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend. Und ich bringe den Göttern ein Opfer da, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, der Adlerfrau keine Informationen preiszugeben. Sonst ist unser Leben verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Das Gebiet ist groß. Könntet ihr mir genaueres über den Aufenthaltsort des Stiers sagen? Zuletzt wurde er auf dem Berg Kynorthion nahe der Ruinen von Asine gesehen. Wenn ihr ihm am Ende doch die Kehle durchtrennt, wozu braucht ihr ihn lebend? Aber wir durchtrennen nicht einfach seine Kehle. Zunächst übergießen wir seinen Kopf mit Wasser. Wenn er nickt, fahren wir fort. Götter, Sterbliche und Tiere. Sie alle müssen aus freiem Willen am Opfer teilnehmen. Sonst ist es unrein. Um so viele Menschen zu retten, brauchen wir das Blut, die Knochen und das Fett des Biestes. Erzähl mir etwas über Krüses. Alle scheinen sie zu fürchten. Wir brachten ihr alles bei, was wir über die Heilkunst wissen. Über die Götter. Dann fand sie neue Lehrer. Menschen mit Masken. Sie haben sie verändert. Ihr Herz verfinstert. Sie wurden ihre Götter. Ich werde ihn finden. Herr da, komm kurz ins Bett. Schlaf gut. Leider. Ja, nochmal sorry. Oh, die Ruinen. Müssen wir schauen. Die heilige Stier. Finde den heiligen Stier und bring ihn zum Priester. Ich darf ihn ja jetzt eigentlich nicht töten. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Müssen wir hier den Bullen bei den Hörnern packen. So. Der heilige Stier ist in Agroles. Da sind wir. Im nördlichen Teil des Berges. Dingsbobens. Wo ist denn der nördliche Teil des Berges Dingsbobens? Äh. Nördlicher Teil des Berges Dingsbobens. Berges Knürzien. Das ist da. Da waren wir noch gar nicht. Im nördlichen Teil. Der Stier wurde zuletzt bei den Ruinen gesehen. Also wird das wahrscheinlich da sein. Da kriegen wir dann auch nochmal ein paar Tafeln. Was ja eigentlich recht nicey, nicey, nicey ist. Die brauchen wir eh. Und Dingsibobensi. Seien Grüß. Schönen guten Abend. Da vorne liegt noch ein bisschen Ernst, was wir gerne mitnehmen. Einfach mal in die Tasche. Und Bäume. Wir brauchen Millionen von Bäumen. Wobei Bäume kann man ganz gut halt eben mit dem Schiff haben. Einfach andere Schiffe kaputtholzen. Müssen wir nicht für die Quest ja sowieso machen. Das heißt, da werde ich mich da mal unter Xenas Flagge setzen. Dann bin ich nicht schuld. Wenn die ganzen Schiffe kaputt gehen, dann ist Xena schuld. Sondern sie sich bei ihr beschweren. Was? Dein Laptop ist wohl nicht so schnell. Wegen Delay. Ja, nun. Ah ja, da ist das Ziel. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Hm. Ja, ich würde aber auch noch gerne das mitnehmen. Also, wenn das wirklich ein Tempel ist. Oder ist der weiße Stier ein Mann? Ich dachte jetzt gerade wirklich, es wäre ein Stier. Also, so mit Boden. Vielleicht ist der weiße Stier auch was anderes. Wo ist das Rätsel denn? Ah, ich sehe es noch nicht. Ja, das wäre schön. Weil ich sehe nämlich noch nicht die antike Tafel. Gefangenen sehe ich 1, 2. Aber wo ist denn die 3? Ich blind. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt. Weil er die Quest jetzt hier im Moment markiert. Und noch nicht den Ort. Weil normalerweise sollte jetzt hier noch ein Gefangener sein. Und die antike Tafel, die ich jetzt nicht sehe. Die war oft halt immer hier oben auf diesen Dingern. Im Moment finde ich sie noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Warte mal. Ist die gleiche Story, stimmt. Nur der Charakter ist dann halt männlich oder weiblich. So, dann speichern wir nochmal ganz kurz. Und dann gucken wir mal. Von ProGamer. Sei gegrüßt. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir natürlich auch. Ich bin froh, dass ich hier weiterspielen kann. Diesmal auch ein bisschen Main Story. So, das war L-Banditen-Chefe. Vorne haben wir einen Gefangenen. Gut, den haben wir befreit. Nummer eins. Oder ist das Ganze hier der Tempel? Ich kann auch sein, dass das Ganze hier die Ruinen sind. Dann müsste hier unten... Ah, guck mal. Hier unten vielleicht. Da ist... Ne, da ist der weitere Gefangene. Dann haben wir nämlich hier... Wo? Das ist aber komplett was anderes Spiel. Hm. Ich will meine antiken Tafeln haben. Ich brauche die. Ich weiß mich nicht, Spiel. Dir geht's gut. Das ist doch schön zu hören, ProGamer. Das sind doch gute Nachrichten. Warum ich auch gerade nachts gemacht habe. Wir machen nachts mehr Schaden. Weil ich das mittlerweile geskillt habe. Ich kann hier nicht durchsuchen. Also, das scheint Buggy zu sein. Was immer das ist, geht nicht. So, wir brauchen noch die zwei Gefangenen. Und die antike Tafel. Das würde mich freuen, Sim. Komm gut ins Bett. Schlaf gut natürlich. Dir dann eine angenehme Nachtruhe gewünscht. Nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Achso, der ist tot. Also, interessant ist, dass der Schwanz da so... Ja, das ist natürlich die Position, wie Stiere immer sterben, wenn sie tot sind. Das ist doch eine Statue. Das ist doch kein lebendes Ding, oder? Also, bin jetzt nicht sicher, aber anatomisch korrekt sehen tote Tiere so nicht aus. Oha. Die Wache verfolgt den Dude. So. So, das heißt, jetzt brauchen wir wirklich nur noch die antike Tafel, die ich nicht gefunden habe. Ah, hier vielleicht? Ah, hier vielleicht? Ah, da. Die will ich doch auf jeden Fall noch haben. Okay, verfolgt immer die Dudes. Ja, der Radius ist extrem groß für das kleine Tempel-Ding, das stimmt. Ort abgeschlossen. Guck, guck. Judy. Dann haben wir das Ding auch abgeschlossen. Boah, ey, hier ist noch so viel. Die Ruinen gehören auch noch zu dem Gebiet. Alter, da unten ist auch noch ein unentdeckter Ort. Alter Schwede, es hört nicht auf. Und das meine ich positiv. Also, es gibt so viel zu tun. Ey, es ist unglaublich, das Spiel. So viel zu entdecken, so viel zu erkunden. Und dann, wie gesagt, an Nebenzeug. Und den ersten mystischen Ort haben wir ja auch noch nicht rausgefunden, was da Sache ist. Da konnten wir ja auch noch nicht weitermachen. Da konnten wir ja die Tür nicht öffnen. Ach, wir haben aber unseren Stab ja nochmal aufgewertet. Eventuell können wir ihn jetzt ja reinstecken. Hm, vielleicht müssen wir doch nochmal da hin. Also ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal da hin, weil der Ort ist ja noch nicht abgeschlossen. Ist ja fast eine Lebensaufgabe. Ja, also ich glaube, wenn ihr hier wirklich alles machen willst, also wirklich jedes Fragezeichen machen und erledigen. 200-300 Stunden locker. Aber ist doch okay. Ich meine, hat man auf jeden Fall was zu tun. Und solange es mir Spaß macht, auf jeden Fall. Reinstecken finde ich gut. Ja, beim ersten Mal kam uns was entgegen, als wir den reingesteckt haben. Aber es hat halt nicht gereicht. Können wir gerne mal gucken, ob sich jemand gleich was getan hat. Wenn wir irgendwo in der Nähe von so einem Port-Punkt sind. Und Wandi, danke für das Lob. Riyad, würde mich freuen natürlich, wenn es dir gefällt, wenn du häufiger reinschauen würdest. Riyad, so wie heute ist es eigentlich jeden Abend, nur die Spiele wechseln halt. Und wenn das Spiel halt ein bisschen, sag ich mal, chilliger ist, weniger Erkundnis, dann kann ich auch immer mehr auf den Chat reden. Bei dem Spiel ist es echt schwer, muss ich sagen. Weil so viel in der Welt halt passiert, dass halt immer was passiert und ich halt wenig Zeit für den Chatter habe. Und wenn mal nichts passiert, sind Cutscenes. Hast du den weißen Stier? Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldnerin. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Die reiche Frau mit der Goldkrone ist schon mal raus. Die kann erst mal ihre Goldkrone. Ja, der Bauer, wenn er die ganze Region halt versorgt. Let's go. Oh. Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Inherz für eine Hand abgeschlossen. 5000 XP. Quest abgeschlossen. Die Priester der Dingsbums. Es clip yours. 7900 XP. WPM. Neue Quest. Kein böses Wort. Ah, dann befragen wir den mal. Und Bloody Dragon YouTube. Schönen guten Abend. Ja, wobei befragen, wenn er keine Zunge hat, wird lustig werden. Ah, da vorne gibt's noch ne Quest. Hier kann man ja schon wieder alles annehmen. Ah, das ist... Ufei. Hallo. So hast du auch entschieden. Ja, kam ja als logische Wahl vor, Vickersive. Flank für mich... Also, die Olle mit dem Goldhut war raus. Oh, sowas von. Sei gegrüßt, junge Frau. Bist du hier, um Asklepios zu opfern? Nein. Ich suche eine spartanische Mutter, die das vielleicht hat. Die große Göttin Hera führt sehr viele Mütter zu diesem heiligen Ort. Ich bin schon alt und kann mich unmöglich an jede Einzelne erinnern. Wozu dienen eigentlich diese Steinplatten? Sie dienen der Aufzeichnung. Wir verzeichnen jeden, der zu uns kommt, samt Krankheit und Behandlung. Um den Ruhm des großen Asklepios zu mehren. Dann müsst ihr euch gar nicht erinnern. Ich muss nur die richtige Platte finden. Ähm, ja, natürlich. Das ist in der Tat sehr weise. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um dir zu helfen. Ich bin nicht gekommen, um euch wehzutun. Ich suche nur nach meiner Mutter. Es ist Krysis. Sie kontrolliert jeden Priester in diesem Heiligtum und wird jeden vernichten, der es wagt, mit der Adlerfrau zu reden. Dann redet nicht mit mir. Führt mich einfach nur zum richtigen Stein. Gut, dann folge mir. Schnell. Wir dürfen nicht auffallen. Geht voran. Aha. Hier entlang. Hier drüben. Ich komm ja schon. Wenn uns jemand sieht, dann werde ich meinen Kopf verlieren. In was für einem Heiligtum leben die eigenen Priester in Angst? Die Zeiten haben sich geändert, Adlerfrau. Was hast du gegen Haare, Diddy? Ein bisschen neidisch auf die Brusthaare. Ah, an die Geschichte erinnere ich mich. Es war während des großen Helotenaufstands. Du warst damals noch ein Kind. Bitte keinen Geschichtsunterricht, nur die Details. Hier geht es um eine Frau, in deren Kehle Würmer hausten. Als Klepios schnitt ihr den Kopf ab, wir entfernten die Würmer, dann setzte er ihr den Kopf im Schlaf wieder auf. Das ist nicht der richtige Stein. Ich frage mich, was Hippokrates von diesen Verhandlungsmethoden hält. Klingt nach Modeller Medizin. Hippokrates war ein guter Heiland. Er war vielversprechend. War? Er kümmert sich doch nach wie vor um die Kranken. Er verlässt sich zu sehr auf seine Hände. Und zu wenig auf die Götter. Wenn es um Leben oder Tod geht, sind mir Hände lieber. Sind alle Krankheitsgeschichten so haarsträubend? Nun, die Schreiber wie Tokididis, Euripides oder der launhafte Aristophanes. Sie wollen wahrheitsgetreu berichten. Aber, was wirklich inspiriert, sollte Magie und Götter. Echt? Es gibt Brusthaargletter? Boah, ich brauch sowas. Dieser Stein erzählt von einem Mann mit Schwertwunden. Ein Rudel Hunde leckte sie sauber und... Heurika! Wahrlich, der beste Freund des Menschen. Es ist hoffnungslos. Diese Geschichten geben den Menschen Hoffnung, Adlerfrau. Aber ich verliere meine. Erzähl mir von Krysis. Sie ist eine mächtige und gefährliche Frau. Alter, die kotzt dir erst mal den Busch. Aber das war sie nicht immer. Sie wurde als Kind hier zurückgelassen und von den Priestern erzogen. Sie lehrten sie über die Götter. Sie lernte schnell. Hatte einen ungebrochenen Willen. Und schon nach kurzer Zeit haben die Priester ihr zugehört. Sie wurde geliebt. Doch ihr Herz war erfüllt von einer Wut, die nicht besänftigt werden konnte. Als ihr Vorgehen wahnsinnig wurde, wurden alle, die sich gegen sie stellten... Ja, was? Ich habe schon zu viel gesagt. Und was ist mit diesem hier? Lasst mich raten. Er erzählt von einer Blinden, deren Augen von Schlangen sauber geleckt wurden. Da steht, aus Sparta kam mit einem Kind, bat die Götter um Hilfe. Warum wurde das meiste herausgekratzt? Oh, ich erzähle es dir. Ich kenne die Geschichte auswendig. Die Spartanerin kam schmutzig und blutend von einer weiten Reise. Wir kümmerten uns um sie, gaben ihr Essen und ein Bad. Dann ging sie. Wohin sie ging, weiß ich nicht. Das Kind war nicht zu retten. Wer könnte wissen, wohin sie ging? Wir wurden entdeckt. Triff mich später. Nahe des Olivenbaums des Herakles. Am Eingang des Heiligtums. Ich habe vielleicht etwas für dich. Na, was haben wir denn hier? Ein Priester und eine Söldnerin auf einem Spaziergang? Mögen die Götter mit dir sein, Pleistos. Ich war gerade auf dem Weg zum Archiv, als ich auf die Söldnerin traf. Ist das so? Und worüber habt ihr euch so angeregt unterhalten, wenn ich fragen darf? Der gute Priester hier erklärte mir, wie man Schwertwunden behandelt. Ähm, ja. Schwertwunden. Oh, wirklich? Und welche Behandlung schlägt unser guter Timoxynos vor? Äh, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Schlangen war irgendwas mit Augen. Es waren Hunde. Mit Lecken. Leckt doch die Hunde. Hunde. Was ist mit ihnen? Man lässt sie die Wunde sauber lecken. Sehr gut. Verrate nicht alle unsere Geheimnisse, Timoxynos. Wer würde den Göttern noch Opfer darbringen, wenn er sich selber heilen könnte? Nein. Nein, natürlich nicht. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich habe noch etwas zu tun. Du kennst die Behandlung, Söldnerin. Und verlasse bitte das Heiligtum. Und Karo, komm mit den zweiten Schlafgut. Aha. Öffne die Karte, um dein Ziel zu finden. Triff den Priester beim Olivenbaum und des Herakles. Äh, Argolis, Tal der Träume. Wo ist denn das Tal der Träume? Das sind wir hier, im nördlichen Teil. Bei der Kreuzung Olivenbaum und Herakles. Ja, wahrscheinlich da irgendwo. Gehen wir mal gucken. Ja, ein Schreibfehler in tausend Zeilen Text. Ihr seid kleinlicher als der Papst. Solange sie nicht Geheimnisse oder was weiß ich. Ach man, Schätze, ey. Dieser alte Priester, der sich am Baum versteckt. Da lag ich ja schon wieder nicht falsch. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, Chad. Dass ich das ganze Spiel bis jetzt ohne diese komische Vision gespielt habe. Nicht wie bei Tomb Raider. Bei permanent R3-Hemmern. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen seiner Oliven? Egal. Wo ist der Priester? Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Krüßes Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Krüßes hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos! Bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Okay. Quests abgeschlossen. Ja, ich muss mal ganz kurz wechseln. Dann, El Duderino, den Schildklauen. Achso, der hatte noch ein Schild. Aua. Nein, den da! So, dann kann ich mir über die Kamera anmachen, sonst seht ihr da nichts. Diesmal hab ich dran gedacht, Chat. Äh, let's do the dance. Aua. Also nicht. Aua, die machen ganz gut Schaden. Weil der Priester macht richtig viel Schaden. Aua. Könnte eigentlich ausweichen. Ich glaube, den Priester haben wir ein bisschen hingerichtet. Haha, der hat aber noch einen Bogen dabei. Ja, und damit ist die Quest wahrscheinlich abgeschlossen. Nun. Ja, er dachte sich auch im Moment, dass das ein Kultist wäre. Aber ne, tatsächlich nein. Wobei, was ich mich fragen würde. Wenn du, ähm, den Tod nicht bestätigt. Was würde passieren, wenn du einfach weggehst? Ähm, kriegst du den da nochmal markiert? Steht der wieder auf? Musst du ihn später nochmal markieren? Das wäre mal eine interessante Frage. So. Dann haben wir hier noch die Quest offen. Dann müssen wir den nämlich noch befragen. Der bleibt da liegen. Ja, wobei interessant, dass das Spiel sich das dann halt merkt. Das sind halt so viele Informationen, die ich irgendwo speichern muss. Das ist schon beeindruckend. Halt in diesen Open-World-Spielen. Ja, ja, Kampfhühner geht weg. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ja, okay. Guck, guck. Befehlshaber und Schätze. Schatz Nummer eins. Wollen wir noch Schatz Nummer zwei. Der Befehlshaber. Okay, den Befehlshaber habe ich mehr oder minder gefunden. Oder er mich. Absolut sneaky. Ich wollte ihn eigentlich noch finishen. Na gut. Wir brauchen nur noch den zweiten Schatz. Der Befehlshaber ist RIP. Der zweite Schatz wird wahrscheinlich... Achso, ist noch ein Befehlshaber hier irgendwo. Ähm... Hier sehe ich nix. Entschuldigung, ich glaube, es gibt keine richtige Leichen-Ablegen-Taste, Fabian. Du schmeißt sie mehr oder minder immer weg. Es ist halt, weiß ich nicht, merkwürdig. So. Befehlshaber. Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krüsis hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und... Was hätte Krüsis davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin. War ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Naja, gut, aber ich sag mal, französisch ist mit dem, wenn er keine Zunge mehr hat, ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich weiß, warum Krysis wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Mater mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krysis wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu. Wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Sagt es mir bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krüsis nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krüsis? Verstehe. Krüsis beherrscht alle Zungen in der Gegend. Dann muss ich sie und die Wahrheit über diese Nacht eben allein finden. Kein böses Mord abgeschlossen. Uns fehlt... Achso, die Wachen sind jetzt nachgespawnt. Ich brauche noch einen Befehlshaber. Und da. Und John! Keep us safe! Und do the thing! So, da ist der Befehlshaber. Dann haben wir den Ort nämlich auch abgeschlossen. Hat Fabi, John, hat er. Jeder hat Odyssee. Naja, fast jeder. Wart abgeschlossen. Und die Kopfgeldjäder suchen mich. Und nice didok, sei gegrüßt! Ja, alle Gyros süchtig. Tatsächlich. Und das wäre dann quasi die letzte. Ne, Land der Gesetzlosen. Und Rezept für Entdeckung. Was war denn Land der Gesetzlosen? Äh, okay. Die beiden wären halt tatsächlich noch... Das da. Der Arz ist in Suche in den uralten Ruinen von Persos. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal wieder einmal ganz kurz alles durch. Kriegt man in dem Spiel sein eigenes Haus oder Dörfer? Also bis jetzt bin ich da noch nicht. War schwer. Ich hoffe, das ist richtig. Oder ich habe das zumindest daraus gedeutet, dass es so heißt. War schwer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn, bitte nicht darauf antworten. Für mich bis jetzt gibt es das noch nicht. Ob das noch kommt? Keine Ahnung. Ich glaube aber eher nein. Okay, das können wir erstmal platt machen. Das können wir platt machen. Das können wir platt machen. Das können wir platt machen. Und 27 mit 8,77. Ja, ist okay. Guti. Bogen. Was haben wir denn da? Ranz. Ranz. Äh, 55 mehr. Und der macht 3 für alle Schäden. Ja, dann beheben wir den und warten auf 9 epischen. So nutze ich den Bogen ja nicht. Hm, gut damit. Äh, Fernkampf, Widerstand, Jägerschaden, Attentatschaden. Dafür ein bisschen mehr Rüstung. Oh, ich gehe weg. Brauche ich nicht. Neue Brüste. Blaue Brüste will ich nicht. Will werden epische Brüste. Achso, das war schwere Keulen und Kriegerschaden und Jägerschaden und Attentat und schwere Waffen und Schaden bei Tieren. Das war alles jetzt nicht so spannend. Irgendwie. Weil ich ja keine schweren Waffen benutze. Das heißt, die Perks sind halt doof. Ich hebe es mal auf, aber geil ist es trotzdem nicht. Äh, was habe ich denn auf dem Schiff noch gemacht? Achso, das war das ja. Das kann ich mal einmal anziehen. Hier, äh, Farben von Chaos. Also, was wir nicht vergessen, wenn wir mal was abschießen, dann haben wir das schon mal aktiviert. Ähm, ansonsten haben wir nix. Seltener und Kultisten. Da hatten wir ja den einen hier rausgefunden. Und den einen eliminiert. Ja, den müssen wir uns dann irgendwann mal als nächstes snacken. Den hatten wir schon aufgedeckt. Hoodie. Und dann können wir einmal gucken, wo wir hin sollen. Äh, so. Oh, in Argolis. Ist im nördlichen Teil der uralten Ruinen von Persos. Uralten Ruinen von Persos. Das ist das Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Da hatte ich die Krankenstadt der Festung. Äh, ja. In den nördlichen Teil. Also wahrscheinlich da. Na gut. Dann können wir da ja einmal hin dümpeln. Alter, so viel zu tun. Ah. Und Lu, sei gegrüßt. 20 waren wir am Ende von dem Freitag-Stream. Ja, am Wochenende ein bisschen, äh, vielleicht. Nicht gesuchtet würde ich. Nein, ich würde es jetzt nicht so nennen. Also, das war schon... Dezent. Also. Verstehst du schon? Und Janik, komm gut ins Bett. Der spielt bestimmt jetzt selber noch fünf Stunden Pyros. Ja, wir laufen direkt auf dem Fragezeichen zu. Da vorne ist noch Holz. Oh, hier ist schon wieder Gewalt. Das ist nur ein Lager. Das möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Was hast du gemacht? Einfach das Spiel gespielt, Lu. Erkundet. Alle Fragezeichen abgelaufen. Viele Fragezeichen mitgenommen. Nicht alle, aber wir hatten die ganzen Fragezeichen halt aufgedeckt. Die eine oder andere Erobungsschlacht dann auch gemacht. Dadurch, die ich freigeschaltet hatte, weil ich die Staatsmächte gesenkt habe. Sowas halt. Vivi hat dann auch noch erkundet. Und, äh, Spaß gehabt. Ja. Erkundet und gekloppt. Und tatsächlich halt Nebenquests ein paar gemacht. Aber keine Hauptstory. Die Hauptstory, hab ich ja gesagt, machen wir ja im Stream. Aber wir hatten so einfach so ein paar Nebenaufgaben in den Orten, um zu gucken, was da so los ist. Athen hat eine Menge Zeug. Ja, da war eben auch einiges los. Ähm, wobei wir, also sowohl Vivi als auch ich zur Erkenntnis gekommen sind, dass wir Athen im Moment nicht putschen können. Das scheint irgendwie immer wieder zu resetten. Wir glauben mittlerweile, das ist irgendwie Plot-Armor. Weil in Attica kriegen wir die Startstärke nicht runter. Egal, was wir machen. Was ja sogar eine Quest war in Athen. Das geht halt einfach nicht, hab ich so das Gefühl. Keine Ahnung. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir da überhaupt hinkommen. Und Kuro, komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Das mächtige Therese. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Ja. Wie soll ich da nur reinkommen? Das wird spaßig werden. Also erstmal... Schau mal. Machen wir mal dunkel. Während wir dunkel machen, gehe ich pinkeln. Pinkeln ist gut. Pinkeln, weißt du schon, was? Eine Minute, Afka, kurz auf Klo. Holt euch auch ein Kind, oder so? Himmel, du hast. Ich rufe Getürstet. Servis Moment. Der Monkey speak zur Zettete. Ich rufe. Aber wie soll ich dir nicht tun? Okay,들이. Vielen Dank. Ah, so. Alles quasi außer Hauptpress, ganz genau. Das habe ich ja gesagt, Lu. Das machen wir im Stream. Aber wie gesagt, im Endeffekt habe ich jetzt, oder haben wir das gesamte Wochenende durchgespielt. Das heißt, wir haben hier echt, wie du siehst, alle Punkte halt abgefrühstückt. Oder noch nicht mal alle, aber alle aufgedeckt. Davon haben wir halt einen Teil dann halt eben gemacht von diesen ganzen Punkten. Und das Ganze halt eben auch hier in dem Gebiet. In Attica waren wir halt unterwegs. Wobei, da sehe ich, haben wir immer noch ein Fragezeichen. Lol. Ähm, waren hier auf der Insel. Äh, wo waren wir denn noch? Da oben. Hier oben. Ja, nun. Und es ist immer noch eine ganze Menge. Wir gehen jetzt auf die 50 Stunden Spielzeit zu. Und haben noch den ganzen Bereich hier unten. Und alleine, ich glaube, für diese Ecke hier gibt es eine Trophy, dass du schon alleine 20 Quests machen musst. Halt für diese Ecke hier. Also, das Spiel ist halt einfach riesig. So. Ähm, weiter Yeti-Wilde-Fahrt. Wir sollen das Ding hier erkunden. Let's do it. Ähm. Wobei ich, glaube ich, gar nicht alles machen möchte ad hoc jetzt. Sondern wirklich nur gucken, ob ich da hinkomme. Weil die ganze Festung jetzt wieder auszuräumen dauert wieder ewig. Mal gucken, wie die Festung läuft. Müssen wir mal schauen. Kriegsvorräte haben wir drei Stück. Da ist noch eine Schatztruhe. Alter Schwede. Vier Schatztruhen. Da oben ist das Feuer. Okay. Eventuell kann ich den schon mal weg-snacken. Oder vielleicht. Das ist doch schon wieder so unlucky. Wer hat mich denn jetzt bitte gesehen? Ah. Komm noch mal rein, okay? Gibt's doch nicht ein. Da taucht just in dem Moment echt ein zweiter Moped-Mann auf. Mann, 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 Mann. Ein Glück haben sie es nicht gemeldet. Und zum Ende noch Lesbos besuchen. Der krönende Abschluss. So sieht's aus, Dixi. So sieht's aus. Lesbos. Immer eine gute Suppe. Was geht? Es knuddelt sich mehr oder minder auf der anderen Seite. Ah. Jetzt kommt wieder so ein dummer Kopfgeldjäger angerumpelt. Der schaut in meine Richtung. Ah. Jetzt guckt er weg. Okay. Dann machen wir erstmal die Wache. die gerade runterkommt. Gudi. Da haben wir noch eine Wache. Da oben ist die Fackel. Komme ich da rüber? Ja, vielleicht. Können wir die nämlich vielleicht erstmal sabotieren? Dass wir schon mal keine, ähm... Verstärkung bekommen, wenn wirklich mal was schief gehen sollte. So. Dann sind wir da nämlich auf der sicheren Seite. Ähm. Da unten steht ein Dude. Nicht so gut. Nicht so gut. Schon wieder ein Kopfgeldjäger. Wahrscheinlich, was die wollen. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt habe ich die zwei von den Seiten. Oh, fuck. Du schiefst durch einen Spassiaten. Du schiefst durch einen Spassiaten. Nein. Nein. Jetzt ist der Attentäter-Mann hier. Jetzt ist alles hier. Achso, das interessiert ihn gar nicht. Ja, aber der wird ja oben wahrscheinlich jetzt sterben, weil das habe ich ja gefakt. Mit Wasser. Aber den Tipp gebe ich dir nicht. Aua. Nein, ich drücke die ganze Zeit die Knöpfe. Das tut. Ich drücke die Knöpfe. So. Aber noch einen. Ja, perfekt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ach, der lebt noch. Der lebt denn noch? Markus macht wieder Party in der Festung. Psst, Dingsy. Ich bin heimlich. Das ist Sneaky. Das war doch voll der Sneaky Ninja Auftrag, den wir hier hatten. Da kommt der nächste Polemann. Ähm, muss ich die Falle jetzt da oben nochmal quasi dingseln, krumseln? Achso, der ist einfach gestorben, weil er die angezündet hat. Hihi. Sneaky, sneaky. Wir fahren zwei schon wieder. Mu. Und Lili. Seige Grüß. Schönen guten Abend. Ah, die kommen. Ich habe leider keine Adrenalin. Sonst hätte ich die jetzt eventuell abwerfen können. Ah, den dicken werde ich damit nicht erreichen. Wieso geht der denn wieder runter? Was ist denn das für eine Teilzeitwache? Teilzeitwache aus der Hölle. Aber ich wollte ausweichen. Party in Griechenland. Kommt er wieder hoch? Ah, der kommt wieder hoch. Was ein Gewetzel. Aber das war jetzt nicht mein Fehler, Chat. Der Typ ist einfach irgendwie umgekehrt auf der Leiter. Aber nicht mal blassen Schimmer mal rum. Ja, fein schnell weg. Genau. Nach dem Motto gespottet und erst mal instant umkehren. Wat ein Dödel. Wat ein Dödel. Oh, gib mir erst mal hier... Da sind die Schätze. Schätze sind auch noch irgendwo unten. Alter, was ist das für eine Burg? So, dann haben wir den ersten. Brauchen wir noch drei. Weiß ich nicht, ob ich die alle markiert habe. Da oben sind auf jeden Fall noch welche und dann muss ich noch die Kisten irgendwann suchen. Vor allen Dingen, ich bin dann immer so unlucky, weißt du? Und bei Vivi, die hat einfach immer Glück und da passiert nie was. Und dann sind auch alles Kultisten. Viel ist Belastung, man. Was? Wo habe ich hingeworfen? Da stimmt doch was nicht. Habe ich jetzt das Ding kaputt gemacht? Ja, zwei von drei. Das ist ein Level 30er Kopfgeldjäger. Den möchte ich nicht unbedingt machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Per Glück. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jetzt einen Chef brauchen wir noch. Die sind auch schon wieder zu zweit. Wollen wir mal ganz kurz hier wieder weg. Hier nach unten gehen. Gut, das waren die Kriegsvorräte. Jetzt fahren wir nur durch die Schätze und die zwei Bosse. Die Handzahlen kannst du, glaube ich, auch ausblenden, John. Ja, ja, klar, wenn du die nicht magst, kannst du ausmachen. Mich stört das nicht. Ich sehe immer ganz gerne, wenn da dicke Dinge aufplotten. Achso, der Startschatz war nicht zum Kaputtmachen, sondern einfach zum Plündern. Alles klar, okay, verstanden. Das heißt, jetzt fehlt mir eine Kiste. Oh, da kommt wieder der 30er Kopfgeldjäger. Da würde ich mal ganz gerne bitte weggehen. Ähm, eine Kiste sehe ich noch. Die anderen müsste ich noch mal scannen. Oh, ich bin hier im Haus. Da kann ich nicht drüber klettern, verstehe ich. Find logisch. Da ist der Dude. Der patrouilliert da hinten rum, was ein bisschen Kackes. Der 30er Dude will ich nicht hin. Alter, jetzt habe ich hier alles am Sack. Eroberungsschlacht ist damit verfügbar. Da hat ja schon mal ein Anfang ist. Dann fehlt mir noch ein Schatz. Wo ist der? Da hinten. Okay. Und die zwei Befehlshaber. Das ist jetzt schlecht. Jetzt sitze ich nämlich hier drin. Weil den 30er werde ich nicht umbersten. Und Apollo, sei gegrüßt. Das war nämlich gar nicht der. Oh, der, der Damage. Uff. Da muss ich mal ganz kurz, äh, I'm out. Okay. Kiste ist unten. Ähm. Nur noch den Schatz und den einen Boss. Den einen Boss können wir uns dann irgendwie snacken. Äh, der ist falsch. Da bin ich raus. Wo ist denn da unten die Kiste? Wo komme ich denn da rein? Hier? Äh, wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja, geh weg. Ja. So. Wie hat denn... Würde ich nicht gerne machen wollen. Oh, da komme ich gar nicht durch. Das ist natürlich, äh, tragisch. Weil ich jetzt wieder... Ja! Aua. Ja, halt. Halt, halt. Später. Kann man Gift und Feuer kombinieren. Ich glaube, du kannst immer nur einen dort drauf machen, Belor. Also zwei gleichzeitig geht nicht. Das heißt, ich mache immer... Habe jetzt zwei geskillt, dass ich sie nacheinander instant nutzen kann. Und ich wieder warten muss, dass der cooler und vom ersten wieder da ist. Das heißt, ich kann eigentlich permanent irgendwie einen Effekt immer auf die Waffe machen. Ähm. Ich glaube, ich werde auch die Fähigkeiten mal umlegen. Weil ich im Moment ziemlich viel switchen muss. Was nicht ganz so geil ist. Das heißt, ich glaube, ich werde die mal neu anordnen. Du musst anonym sein. Ähm. Bin ich nicht anonym? Ich dachte, ich bin anonym. Ah, jetzt bin ich anonym. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates' Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Ich warte hier, bis du fertig bist. Wenn ich gehe, könntest du auch einfach weglaufen. Du denkst wie eine Söldnerin. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Dann mach dich nützlich und besorge mir meine Knochenzange. Irgendein Idiot borgt sie sich ständig aus. Wann kommst du mit und behandelst Hippokrates Patienten? Ich gebe dir mein Wort. Ist sie das? Du bist gar keine schlechte Assistentin. Wenn wir fertig sind, wäre ich geehrt, Hippokrates zu helfen. Und Luke, komm gut ins Bett. Fuginator. Äh, den Schlafen kenn ich. Aber wenn Apollo gespielt wird, alles wieder wie vorher. Wir treffen uns dort. Komm nicht zu spät. Kehre zu Hippokrates zurück. Okay. Aber wir müssen immer noch den Befehlshaber ausschalten. Den will ich noch machen. Da ist er. So, damit ist das Ding erledigt. Festung abgeschlossen. War doch voll Stealthy. Gab doch nur 12.000 XP, Jet. Easy. 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 Tschüssi. Achso. Ja. Und Bild. Da. Bild. Ähm. So. Inventar. Gucken wir einmal durch. Äh. Was wir hier gefunden haben. Neue Dolche, die besser sind als die Dolche. Ja. Nehmen wir mit. Äh. Ansonsten. Haben wir hier noch eine neue Spitzhacke. Oder einen Dreizack. Ähm. Fähigkeiten. Da wollte ich weiter in Feuer skillen, ne? Genau. Dann machen wir das auch mal. Und danach nochmal auf 60%. Did Wars. Okay. Ja, die Festung geben tatsächlich viel XP. Und wir können die Herausforderungsschlacht machen. Und den Startchef killen. Alter, wir können so viel machen, Jet. Wir können so viel machen. Wobei ich mich frage, wie ich die Dinger mal umlegen will. Das habe ich den Kick. Das Meucheln. Und die Heilung. Und das Gift. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich das intelligent umlegen will. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß noch nicht wie, Dingswurms. Weil im Moment ist es dumm, dass zum Beispiel der Schildbrecher nicht auf dem Ding liegt. Wegen der Heilung. Das heißt, im Endeffekt, pass auf, wir machen das anders. Ähm, weil ich brauche die Dinger im Kampf. Hm. Weil den können wir nicht im Kampf benutzen. Da fehlt mir ehrlich gesagt der Schildbrecher. Dann habe ich den Kick, den Schildbrecher und... Ja, ich würde sagen, wir machen da den Schildbrecher hin. Wie kann ich den jetzt entfernen? Warte mal. Da hin. Dann haben wir nämlich den Kick. Das Gift. Den Heal und den Schildbrecher. Und haben nach dem Kampf, dann können wir hier die Heilung hinpacken. Äh, Quatsch. Was habe ich jetzt runtergenommen? Ähm, das Assassinen. Mopedzen. Habe ich hierhin gemacht. Das rasche Attentat. Äh. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ähm. Jetzt bin ich völlig überfordert. So, das rasche Attentat ist außerhalb des Kampfes. Das würde ich dann gerne einfach wieder da hinlegen. Da hatten wir jetzt dat Feuerbuffen. Ähm, dat haben wir hier. Ist es Giftbuffen. Dann machen wir da, ähm, dat Feuerbuffen. Haben dann noch Rage. Äh, was war die andere Fähigkeit? Ne, das war's, ne? Mehr oder minder habe ich die Fähigkeiten jetzt umgelegt. Ich habe da jetzt Feuerbuffen. Das Assassinen und Rage. Und habe hier jetzt den Kick, Gift, Schildbrecher und Heilung. Und habe quasi die, die ich in Combat benutze auf einer Seite. Okay, hier sind auch noch zwei. Beziehungsweise der eine, den ich out of Combat benutze. Ähm. Und das war's, ne? Ich hatte einen Platz für eine Fähigkeit, hatte ich noch frei. Okay, dann lassen wir das mal so. Ja, es gibt schon wieder noch eine zweite Leiste. Fand damals das erste AC super. Ab AC 3, die sehen nicht mehr so gut. War langsam etwas zu überfracht. Ja, Zeit Origins wird's wieder besser. Apollo, bin ich bei dir. Ansonsten, ähm, Syndicate Unity war nicht so meins. Aber Origins war wieder ein bisschen besser. Und das hier ist jetzt sozusagen wieder die Krönung. Compuginator, komm gut in den Lurk-Modus. Bis morgen. Du begibst dich ins Quadratische? Was ist denn das Quadratische? Whirlpool? Jonathan Whirlpool? Alter Schwede, gönn dir John. Das Spiel ist richtig geil. Auf jeden Fall, Greis. Auf jeden Fall. Wie gesagt, hab ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt und gesagt. Also, wie gesagt, mich hat's völlig überrascht. Und, ähm. Joa, von daher. Da hat Ubisoft echt was richtig Nices gebaut. Hippocrates, wie geht's dem Patienten? Ich habe mich nicht an alle Behandlungsschritte erinnert. Und du bist nicht zurückgekommen. Deine Notizen sind verbrannt. Die Söldnerin brachte mich her, um zu helfen. Ich war vorher noch bei den Priestern. Ich muss unbedingt meine Mutter finden. Ein würdiges Ziel, aber es kostete den Mann das Leben. Leben zu retten, sollte unser angestrebter Lohn sein. Ein guter Arzt kümmert sich zuerst um die Bedürfnisse seiner Patienten. Ich habe heute was gelernt. Ich nehme mir die Zeit und schreibe alles auf, was ich von deinen Notizen noch weiß. Hippocrates, es tut mir leid, dass er tot ist. Doch ich muss immer noch wissen, was mit meiner Mutter geschah. Komm mit mir. Wir müssen reden. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Vielleicht weiß ich etwas, das weiterhilft. Ich habe geschworen, nie von Dollops und seiner Vergangenheit zu erzählen. Aber ich schulde es deiner Mutter. Wer ist Dollops? Er war Priester. Sein ganzes Leben widmete er den Weisen. Vielleicht erinnert er sich an diese Nacht vor langer Zeit und weiß etwas von deiner Mutter und ihrem Kind. Ich werde ihn aufsuchen. Danke, Hippokrates. Der Nächste, bitte. Ein Vorbote des Mordes. Er meinte wohl die 2x2 Meter. Ja, aber wer hat denn tatsächlich quadratische Betten? Die meisten haben doch rechteckige, oder? Erst im nördlichen Teil des Königsreichs der Hoffnung. Also da oben. Wobei, ich würde gerne auch da unten nochmal hingucken. Ich glaube, das machen wir auch ganz kurz mal. Weil dann kann ich einmal den Kopfgeld-Dude eliminieren. Der mir jetzt ein bisschen auf den Keks geht. Gerade wenn ich... Es sind mehrere Kopfgeld-Dudes. Sehe ich gerade. Aber dann können wir uns hier unten auch jedenfalls das Moped noch snacken. Kurz gucken, was da so leuchtet. Ob das ein Templer-Dude ist. Und dann die Hauptstory gleich weitermachen. Also ich habe auch 2x2 Meter. Tatsächlich. Äh, ich tatsächlich nicht. Ich hätte gerne, ähm... 2x2,30. Also 2,30 lang. Äh, das sind aber nur 1,80x2. Also breiter... Wie gesagt, die 1,80x Breite gehen. Wäre länger, wäre cool. Ganz schöne E-Fahrt hier. Deswegen ja auch Odyssey. Dingswumms. Ich glaube, das haben sie absichtlich so gebaut. Genau deswegen. Zu wenig Kaffee? Ja dann. Trink Kaffee, Bibi. Oder mach Kaffee und trink dann Kaffee. So. Da wollte ich jetzt... Wohin? Wir sagten, wir gehen dahin. Können den Dude eliminieren? Dann Fragezeichen daneben aufdenken. Wir haben 1,80x2. Und mir gehören davon nur 40-60 Zentimeter. Ja, 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 ja. Mhm, mhm. Keine. Hendrix. Ja, das ist manchmal so. Bloß nicht sehen lassen. Bist du groß? 1,86x Greis. Aber ja, da ich sehr viel auf dem Bauch liege, kommt meine Schuhgröße von Schuhgröße 44 noch mit dazu. Weil, ne, auf... Klappst die Füße ja noch aus. Und dann komme ich halt schon ans Ende. Das heißt, ich muss immer relativ weit oben liegen, um nicht unten mit den Füßen aus dem Bett zu fallen. Ist einfach wieder alles voller Dudes. Was? Was? Der Kopfgeldmann ist der, der im Knast sitzt? Ey, wollte schon sagen. Hm, episch. Ich fand's. Da ist was anderes. Filzhaber ausschalten und die anderen Dudes. Hm, ich frag mich, wie ich da drankomme. Ja, aber bin 1,90 und hab 2,20. Das reicht. Ja. Wobei, ich glaub, 2,30 oder so wär die Norm. Aber ja, stimme ich dir zu. Wie gesagt, hätt ich auch gerne. Aber vielleicht das nächste Bett. Schaff dich. Tschüssi. Äh, was sollen wir hier eigentlich machen? Achso, die zwei Schätze plündern und den Befehlsmann ausschalten. Alles klar. Ja, machen wir. Let's do it, boys. Oh, da kommt schon wieder der Kopfgeldjäger angerumpelt. Ist ja schlimm mit diesen Kopfgeldjägern. Oh, wieso hab ich den ja nicht ge... Ich hätte einfach finishen sollen. Das war einfach dumm. Das war dumm. Ich hab noch nichts auf dem Bogen geskillt und kein Aim-Antrix. Also, da kann ich leider nicht so viel mit dienen, alter Schwede. Der Typ hat wieder ne Feuerlanze. Äh, schon wieder Kacke. Mit der Kacke. Und der Gauner. Im dritten. Servus. Sag ich dir auch. Schönen guten Abend. An dich, Gauner. Dickes Dankeschön für den Support. Geht raus. Dankeschön. Ah, ich rieche Kaffee. Vivi hat Kaffee. Danke dir, mein Lieber. Für drei Monate. Oh, und ich wollte eigentlich nur das Kopfgeld loswerden. Was jetzt dazu führt. Dass ich mehr Kopfgeld aufbaue, als loswerde. Ja, ja, der Bär jagt den Kopfgeldjäger. Da ist mein Kopfgeld. Ähm, ich werde die Ursache finden. Bei denen. Dude! Der Dude trollt mich doch. Oh, oh, oh. So, Schatz Nummer eins. Jetzt noch wüsst du, wo Schatz Nummer zwei ist. Den ich leider nicht gescannt habe. Schatz Nummer zwei. Schatz Hilein. Du altes Schwein. Wo bist du nur? Ach, da vorne. Sollte häufiger singen. Wo denn? Alter, da oben. Ich dachte doch. Ja. Der kommt wieder so ein Ding mit Katze. Ich seh mal, ob ich helfen kann. Tschüss. Bin raus. Und abgeschlossen. So, wo wir als nächstes hin. Als nächstes sagten wir, wollten wir, äh, da ist noch so ein Kopfgeldjäger. Ah, den könnten wir natürlich auch nochmal eben machen. Aber holen wir uns, äh, weil die beiden Aussichtspunkte sind echt verdammt nah beieinander. Tschüss. Lassen wir mal bei dem Bär da Bär sein. Ja, das haben wir schon gesehen. Das gültende Fragezeichen will ich auch mal inspizieren, um rauszufinden, was das bedeutet. Weil ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich hab den Bär gefunden. Bei der Löwe. Oder beides. Das war Notwehr. Habt ihr genau gesehen, ne? Lach nicht an mir. Ich musste. Ich wollte gar nicht. Ich musste. Aua. Jetzt hör auf. Mann. Rief. Komm, ist der Rammstein. Sag gegrüßt. Urlaub ist immer zu schnell rum. Ja, leider. Das ist leider immer so. Die Zeit bis zum Urlaub vergeht nie. Und der Urlaub selbst ist dann immer so schnell vorbei. Ja. Kann man sich vielleicht dann auf den nächsten wieder freuen, bis nach Rammstein. Ah, schön. So. Gott, immer noch zwei Gebiete. Na gut, dann gucken wir uns das da mal an. Plupp. Danke dort. Nicht mehr. Dann geht's nach was? Svantford? Was ist denn Svantford? Klingt irgendwie wie so eine Ferienhauskette. Aber sagt mir gar nichts. Ey, hör auf. Wenn Silvester ist, dann ist ja schon Red Dead Redemption vorbei. Können wir nicht mal bitte die Zeit anhalten? Irgendwie so ein bisschen. Ja, klingt holländisch. Hätte ich auch gesagt. Oh, ich hab hier sogar ein Ziel. König der Bestien. Ah. Oh. Ja, ich weiß, was die goldenen Fragezeichen sind. Das ist die Artemis-Quest-Reihe, Bibi. Das ist die Jagd-Quest-Reihe mit den, ähm, epischen Tieren, die wir erledigen sollen. Das können wir gerne probieren. Ähm, aber da werde ich kurz davor ja noch mal safen. Die werden also gekennzeichnet durch ein, ähm, bildendes Ausrufezeichen. Äh, Fragezeichen. Einmal speichern. Weil die sind immer recht heftig, die Viechers. Also zumindestens, äh, die ersten zwei, die ich gemacht habe. Ich hab nämlich schon so einen Löwe. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, das, ähm, nun. Kommt jetzt eine Add-Welle oder so? Bei den ersten kam dann halt nämlich eine ziemlich lange Add-Welle. Na, da siehst du die Adds. Wow. Wenn er eins kann, dann ist er anscheinend börsten. Uff, ey. Klingt gut an, wurde schnell kacke. Aua. Aua. Oh, ich treff nicht. Weil er in dem Moment jedes Mal wegschmuringt. Jetzt kommt wieder Adds. Oder? Also, der wagt ein bisschen an der Wand, was ein bisschen kompliziert ist. Au. Ah. Au. Stop it! Naja, schade, dass er halt wirklich so in der Wand rumwagt. Ich weiß nicht, warum er jetzt unbedingt da in dieser Ecke kämpfen will. Hast eine riesige Arena, genau wie bei Dark Souls. Aber der Boss will immer nur in die Ecke. Das verstehe ich leider nicht. Dass die da halt irgendwie nichts einbauen, irgendwie von der Logik. Wenn ich halt zu weit zurückspringe, sollte ich mal bitte in die Mitte wieder her, statt hier irgendwie am Rand rum zu ruhen. Und ich frage mich, ob mein Schwert wirklich Feuerschaden macht. Weil ich mache ja anscheinend Feuer-Debuff auf die drauf. Oder ich weiß nicht, warum er den drauf hat. Oh, hat er daneben gehauen. Oh, legendäres Tierlicht. Uff. Quest-Gegenstand. Alter Fenne. Hektischer Dude. Finden wir hier noch was in seiner Höhle? Nö. Sonst nix? Ist ja langweilig. Du hast einen vom Aussterben. Ja. Muss sein. Der war halt nervig. Hast ja gesehen. Der hatte halt schon Käfig-Kollaps. Der wollte ja immer hinten in die Wand kuscheln und sein Genital dran reiben. Da wäre eh, äh, nix mehr zu retten gewesen bei dem. Gudi. Na dann. Können wir hier wieder raus. Äh, ja, keine Ahnung. Gucken wir uns das da unten noch an. Wenn wir eh schon mal da sind. Und dann können wir die Quest auch abgeben. Keine Ahnung, was wir da jetzt für eine Belohnung für bekommen. Oh, da stand alle im Busch. Was? Markus hat kein Italien gesagt. Ja, der, der ist doch mit seinem Poppes immer da und, und hat sich da einen rumgeschrubbert. Weiches Leder. Weiches Leder. Ups. Den hat der Poppo gejuckt. Ja, habe ich auch reingepiekst die ganze Zeit. Ach, das ist nur wieder ein Streitwagen. Das ist irgendein komisches Lager. Was ich jetzt nicht machen will. Das heißt, da oben wäre das nächste Lager. Äh, sein Haus liegt südostlich der Bronzekeule des, was ist im Königreich der Hoffnung? Königreich der Hoffnung wäre da. Sein Haus liegt südostlich der Bronzekeule. Was sind die Bronzekeule? Bronzekeule. Er ist im nördlichen Teil des Königsreichs der Hoffnung. Also da irgendwo. Würde ich sagen. Mh, ja, vielleicht. Maybe. I said maybe. Dann porten wir mal da hin. Ah, was? Fun fact name. Hatte ich heute schon die Schlacht gemacht? Echt, so schnell wechselt das? Uff, ey. Na toll. Muss ich die Lager dann machen? Ja, die machen sie ja noch. Spaß. Wie? Du darfst alles kaputt machen. Nee. Ihr machen die ja Spaß, Entrix. Ich habe ja schon gesagt, sie soll die weniger machen. Weil sie wirklich jedes Lager gemacht hat. Und, äh, sie wollte die ja machen. Und solange wie es ja Spaß macht. Okay. Soll sie halt kloppen. Und meucheln. Ei, ei, ei. Haben wir hier einen Schmied? Hm, sieht nicht so aus. Nö, kein Schmied. Weil sonst hätte ich mal eventuell noch geguckt, ob ich die Waffe aufwerten kann. Na, aber da lag ich richtig. Okay. Ja, warum nur? Wo ist der Rammstein? Komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis morgen. Warum versteckt er sich? Geh fort. Geh fort. Bleib ruhig. Hippokrates schickt mich. Sorgt sich der große Arzt um meine Gesundheit? Ja. Ja. Und wir brauchen ein paar Informationen. Sag ihm. Man hat versucht, mich zu töten. Töten? Er sagte, du hast dich um Waisen gekümmert. Deshalb bin ich hier. Das war vor langer Zeit. Jetzt bin ich nur noch Bauer. Und ich bin Söldnerin. Wenn ich den Mordversuch räche, redest du dann mit mir? Werde ich. Was ist denn passiert? Ich war auf dem Heimweg, als mich ein Mann in Schwarz angriff. Ich lief so schnell ich konnte. Als ich in Sicherheit war, meinte ich Wölfe zu hören. Vielleicht haben sie ihn verjagt. Bist du verletzt? Nein. Hera sei Dank. Warum sollte dich jemand angreifen? Mein Nachbar denkt, ich bringe Unglück. Vielleicht hat er recht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Beleidigung und einem Angriff. Sonst noch was? Ich bin noch Pacht schuldig. Ich glaube, der Besitzer will mich loswerden und einen neuen Pächter finden. Ich finde heraus, wer deinen Tod will. Der Angreifer war mein Nachbar. Oder mein Verpächter. Aber man kann niemanden bestrafen, solange man nicht sicher ist. Ich komme wieder, wenn ich es weiß. Und dann reden wir über deine Vergangenheit. Aha. Was ist hier passiert? Erstmal sagen wir Latrice, danke für den Haus. Schönen guten Abend. Dann die Kamera anmachen. Und dann ganz kurz Inventar schenken. Das Inventar-Minispiel. Nee, das will ich nicht haben. Nee, dafür nicht. Was haben wir sonst noch bekommen? Neue Armschienen. Es war jetzt aber nichts Episches dabei oder so. Leider irgendwie. Heute kein Lootglück. Das kann weg. Das kann weg. Na, keine Ahnung. Komm, die tue ich auch weg. Alles nur Jägerschaden und irgendwie komischen Schaden, in denen keiner will, ey. Krieger- und Jägerschaden. Ja, zur ganz schlimmsten Not muss ich halt die Sachen, die ich anhabe, irgendwann mal aufwärmen. Wenn es halt gar nicht besser wird. Elf Kriegerschaden, kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Kriegerschaden, Gift und Brandwiderstand. Ach, komm, behalten wir die erstmal an. Ach so, ja, Legendäre kann ich eigentlich kaputt machen. Lol. Und noch einen Bogen. Was haben wir denn da? Ach du Scheiße. Crap-Bogen aus der Hölle. So. Okay. Done. Ach so, den Punkt wollte ich hier wegmachen. Gameplay? Gameplay is great. Really like the gameplay. Diese Rüstung ist dahin, aber sie war viel wert. Wenn sie dem Angreifer gehörte, hat er entweder Geld oder Glück. Dieser schwarze Stoff ist ja eines Königs würdig. Und er gäbe eine gute Verschleierung ab. Also ein Grüßler, Dries. Das Messer hat die besten Tage hinter sich. Wie etwas aus dem Besitz eines armen Bauern. Sahst du, wie man Dollops angriff? Ja. Es war fürchterlich. Wer war's? Ich konnte es nicht sicher erkennen, aber ich glaube, es war sein starkköpfiger Nachbar. Er muss völlig durchgedreht sein. Danke für die Information. Okay. Oh, hier bin ich schon wieder aus dem Erkundungsgebiet. Hm. Weil jetzt sehe ich den letzten Hinweis nicht. Und hier sollte jetzt das Erkundungsgebiet eigentlich schon nicht mehr sein. Moment, ich mach mal eben wieder die Kamera an. Ja. CSI Grease. So sieht's aus, Belor. Ich blitz. Ja, das hatte ich ja schon. Ich bin nicht krank. Hm. Ach, lol. Nun. Ich suche nach demjenigen, der Dollops angegriffen hat. Ich hab alles mit angesehen. Sein Gesicht war verdeckt, aber es muss der Verpächter gewesen sein. Er lebt allein. Engagiert Soldaten zu seinem Schutz. Er muss etwas zu verbergen haben. Danke, dass du mir das erzählt hast. Melde dich beim Bauern. Also, sein Vermieter. Söldnerin, du hast mich erschreckt. Ich weiß, wer es war. Was denkst du? Wer wollte mich umbringen? Es war dein Verpächter. Natürlich. Er will mich aus dem Weg schaffen. Ich kümmere mich um ihn. Bitte sei vorsichtig. Er ist gefährlich. Stell den Verpächter zur Rede. Äh, nee, Final Revolution. Keine Ahnung, weil ich selbst halt eben keine Headsets in dem Sinne mehr benutze, sondern wirklich nur noch Kopfhörer, wo halt eben kein, ähm, Mikro dran ist. Ja, prinzipiell die Sennheiser-Dinger waren immer in Ordnung. Also, die Game Ones. Ähm, Alternative waren halt eben die Cupid's, was umgelebelte Biodynamics halt waren. Äh, beziehungsweise, ähm, Hyper Cloud X, die Dinger, sind auch in Ordnung. Aber ansonsten, kein Plan, was aktuelles ist. Wie, da hab ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr auf den Markt geguckt, was an Neuerscheinung ist. Und komm gut ins Bett, Latrice. Ja, wo wohnt der Vermieter denn? Aber prinzipiell kannst du halt jedes USB-Headset im, im eigentlichen Sinne nehmen. Oder irgendwie eine kleine USB-Soundkarte und jedes normale Headset dran köpseln. Äh, das funktioniert halt auch. Achso, der Vermieter. Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Okay. Entschuldigung. Ich wollte nur mit dem Vermieter reden. Wollte ja nicht ahnen, dass sie gleich, äh, wieder Armageddon losricht. Aua. Aua. Mano! Stop it! Schlimm hier mit den Dudes! Guten Tag, Vermieter. Könnte ich direkt abmeucheln? Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Ähm... Nun, stell dir den Verpächter zur Rede! Kann ich nicht! Gut! Ich glaube, ich habe nicht mit ihm geredet. Wie lange ist denn so ein Typ bewusstlos? Das ist normal! Wieso? War das bei dir auch? Konntest du auch nicht mit dem reden, Fabian? Schnell den Verpächter zur Rede! Ja, was mache ich jetzt mit dem? Gutes Gespräch! Wir haben das Problem gelöst! Nun... Ich war friedlich! Er hat alles zugegeben! Ja, nun... Das war jetzt nicht mein Fehler! Ja! Ist hier nicht der FKK-Strand! Der ist weiter links! Da müssen wir jetzt aber noch ein bisschen weiter gehen! Ja, ja! Naja, das ist ja Sittenvorfall in Griechenland! Und... Und nie ist ein Schmied da, wenn man einen Schmied braucht! Was? Lübe? Wer ist Lübe? Ja! 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 Dein Verpächter ist tot! Er war aber viel mehr als dein Verpächter! Er... War einer von diesen Leuten! Hab ich recht? Ich kann nicht... Bitte... Nimm das! Es wird die bestimmt nutzen! Du wolltest etwas von mir wissen? Hippokrates sagte, du hast dich um Waisen gekümmert! Das stimmt! Aber Krüsis hat mich vergrault! Hat sie das? Wo hast du sie zuletzt gesehen? In den Wäldern beim Heiligtum des Asklepios! Aber das ist schon viele Jahre her! Was denkst du, wo Krüsis jetzt ist? Sicher weiß ich es nicht! Aber sie betete früher am Altar des Apollon Maleatas! Dort entschied sie über das Schicksal der Kinder! Ausbildung oder Tod! Wie ist es zu eurer Zusammenarbeit gekommen? Ich hatte keine Wahl! Sie ist meine Mutter! Krüsis hat dich verheimlicht! Meine Geburt hat Schande über sie gebracht! Das konnte ich nie aufwiegen! Was hat Krüsis denn so Schreckliches getan? Sie unterrichtete die Kinder in fürchterlichen Dingen! Machte sie zu Spionen! Oder sogar zu Soldaten! Ich hielt es nicht mehr aus! Meine sind auch allerdings Bums! Bei einem geheimen Treffen in Delphi hörte ich wie Krüsis von einem großen Krieger sprach! Waren diese Kinder vielleicht Teil ihres Plans? Also war sie wirklich beim Orakel? Ja! Krüsis sprach davon, eine Armee aufzubauen! Mit einem Helden an der Spitze! Sie tat es bestimmt für ihre Partner! Die maskierten! Du hast Hera gegenüber deine Pflicht getan! Ich kümmere mich um Krüsis! Ruhig, mein Kind! Möge Hera unserer heiligen Familie segnen! Aha! Aha! Stoße nach Agolis vor! Ist also auch ein Kultist! Ja! Interessant, dass ich die jetzt nur nicht verfolgen kann! Wahrscheinlich wegen der Quest oder so! Ich hab dir geholfen, du Penner! Ey! Ich darf doch wohl mal in deine Tasche gucken! Mann, ey! Diese Griechen! Ey! Komm! Das ist ja hier massiv belastend! Mann, 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 Mann! Und der He, sei grüß, schönen guten Abend! Schön, dass du fündig geworden bist! Ei, 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 ei! Ich wollte doch nur mal in die Tasche gucken! Der verfolgt mich immer noch! Geh weg! So! Jetzt hab ich leider nicht mitbekommen, wie die Quest weitergegangen ist! Verdammt! Ähm... Land der Gesetzlosen! Asche zu Asche! Ähm... Genau! Das ist die Quest, die wir machen wollen! Ähm... Wir können aber ganz kurz einmal eine Quest abgeben gehen! Weil ich noch nicht mal weiß, wo das ist! Da können wir uns gleich angucken! Machen wir einen kurzen Abstecher nach... Ich glaube, es war Pokis! Oder war es hier oben? Ich glaube, es war Pokis! Und zwar... Wo war denn jetzt diese Artemis-Quest? Tal der Schlange? Äh... Ich dachte, es wäre da gewesen! Bin jetzt aber nicht sicher, kann ich die Fähigkeit... Äh, die Quest nicht abgeben? Warte mal! Ähm... Da! Wir bringen das Feld zu Daphne! Dann machen wir mal ganz kurz als Neben-Quest! Kann ich mich da nämlich einmal hinporten! Verdammt! Ich könnte jedes Mal auch auf die Karte gehen, was einfacher wäre! Es müsste doch da gewesen sein, oder? Ja, da! Lull! Dann können wir uns nämlich da hinporten! Die Quest einmal abgeben! Kriegen dafür auch schon einen Reward! Und Eddie Morphy! Sei gegrüßt! Schönen guten Abend natürlich auch an dich! Oder besser... Guten Morgen! Und Lusterator! Du auch! Und dann nehmen wir uns noch die Kultistenfrau vor! Die alte Schachtel! Alter Schwede, ey! Ist halt nicht wie Hollywood! Da gab es damals noch keinen Botox! Das war der natürliche Verfall! Ei, ei, ei! So! Das ist Artemis, Vivi! Und da gibt es halt eben tausend Tier-Quests! Und die müssen wir alle abschließen! Ist Trophy relevant! Ei! Das Fell des nemeischen Löwen! Wunderschön! Wie seine Jägerin! Stärke ist machtlos im Angesicht der Schönheit! Selbst Herakles verfiel ihrem Zauber! Du erlegst mich spielend mit deinen Worten! Wie die Kreaturen mit dem Schwert! Das war noch gar nichts! Rrrr! 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 Ja! Einmal einfach! Epische Gegenstände! Legendäre Gegenstände! Bisschen Sex! Bisschen XP! So muss das sein! Wir dürfen noch ein paar Mal! Wir haben noch ein paar Quests bei der! Jedes Mal! Nun! Jedes Mal! Alter Schwede! Das ist ja anstrengend! Was haben wir denn bekommen? Gucken wir mal ganz kurz! Noch ein Schwert! Was hat er denn? Jägerschaden! Schaden bei Tieren! Schaden! 100% Schaden! Und 50% für gezähmte Tiere! Das ist natürlich ganz nice! Wenn Vivi endlich mal mit ihrem Pet spielen darf! Dann macht das Pet nämlich noch 100% mehr Schaden! Und hat 50% mehr Gesundheit! Naja! Ich werde es aufheben! Weil kann man ja eh nicht kaputt machen! Oh! Da haben wir nochmal einen richtigen Knüppel! 118 mehr Schaden als der Knüppel! Alter! Gut! Ey der ist in der Tat besser! Ja leck mich fett! Na gut! Dann ähm... Tschüss! Und das ist nicht so viel! Und schon wieder Brüste! Aber graue Brüste! Graue Brüste mag niemand! Mann oh! So! Dann können wir weiter gucken wo die Quest war! Besser gesagt die ähm... Genau! Die da! Und dann müssen wir gucken wo das ist! Ich nehm jetzt doch im Brandschaden einfach weg und skille Pet! Ne! Mit 9 Punkten! Also wenn das andere ausgeskillt ist mit 9 Punkten! Wo will ich denn hin? Äh... Ich will nach Argolis! Der Altar im Tal der Träume! Im südöstlichen Teil! Wo ist denn das Tal der Träume? Da ist das Tal der Träume! Im südöstlichen Teil wäre ungefähr da! Liegt das Treusen Militärlager! Südlich das Treusen Militärlager! Wo ist denn das Treusen Militärlager? Südöstlich! Haben wir ja noch gar nicht aufgedeckt! Das muss ja dann das sein! Also gehen wir da hin und fordern uns nach da! Ja! Nun! Kostet Neu-Skillen was? Ja! Ein paar äh... 400-500 äh... Gulden! Also nicht so viel Dingswombs! Das ist halt super wenig! Ich weiß nicht ob es mit jedem mal umskillen ähm... mehr wird! Aber das erste Mal Peanuts! Der Lesbos kommt später Stöpsel! Das wird der Grande Finale! Weiß das jemand ob es jedes Mal teurer wird das umskillen? Oder ob es einmalig quasi ein Festpreis ist? Und hat immer das gleiche kostet? Aber die Frage könnt ihr beantworten wenn ihr es wisst! So! Und wir wollten nach... da oben! Mal gucken was da ist! Was ist denn der was? Äh... Sonder Edition! Äh... Der Season Pass! Äh... Assassin's Creed 3 HD Remaster! Liberation HD Remaster! Und äh... Tage eher spielen! Wobei die Tage jetzt weggefallen sind weil das andere Spiel ja draußen ist! Also sind das wahrscheinlich nur noch die nennenswerten Dinge! Ah... Diane! Am Samstag! Darfste gucken aber nicht anfassen! Hahahaha! Schwierig! Oh! Die Keule des Herakles ist nochmal so ein komischer Ort den wir hier haben! Da gibt es nämlich nochmal wieder Steintafeln! Die brauchen wir nämlich noch! Äh... Geben wir erstmal den Busch! Keiner mich zu sehen! Alter Schwede! Kultistenwache! Antike Tafel! Schatzplundern! Da haben wir die... Den Schatz! Die Wache! Ähm... Der Befehlshaber! Da ist auch noch ein Kopfgelbmann! Und da ist auch der Befehlshaber! Der Befehlshaber ist... Äh... Langweilig! Okay! Got it! Sehr seltsam! Ich schau mal nach! Ja! Du bist ja auch der Befehlshaber! Nimm mal die Eier in die Hand und dann jetzt... Guten Tag! Das war der Befehlshaber! Der hat jetzt keine Befehle mehr! Da drüben ist auch noch einer! Hab ich gar nicht gesehen! Ich will kein Rainbow mehr spielen! Gib mir AC Odyssey! Und das von der Frau, die das Spiel noch nicht mehr mochte! Ich find das schön! Ich hab sie influenzt! Ha! Nennt mich Influencer! Ich weiß nicht in welche Richtung der guckt! Der pisst im Busch oder so! Sag mal, sind die hier alle am Schiffen? Ja! Oh! Das war der! Einmal die antike Tafel gesnackt! Und einmal die Schätze geplündert! Attentäterrüstung! Oha! Das klingt doch schon wieder nach! Hier! Kritschaden! Piu-piu! Äh... Es liegt südlich des... Der Altar südöstlichen Teils der Träume! Vielleicht dachte ich wäre hier richtig! Südöstlichen Tal der Träume! Das wäre dann da! Aber wo ist denn das Militärlager? Weil wir das ja noch gar nicht aufgedeckt haben! Oder ist das das Militärlager? Ist das wirklich das Treusen Militärlager? Ich weiß nicht wo das Treusen Militärlager ist! Das ist, äh... Können wir hier lang gehen und die Karte hier noch aufdecken! Nicht schubsen! Schubsen ist gemein! Ah... Jetzt haben wir es aufgedeckt! Da unten ist auch noch ein Fragezeichen! Ja, das geht schon eher! Wegkitzeln! Uff! Schwierig! Der Altar ist im südlichen Teil! Okay! Das verwirrt mich! Ah ja! Okay! Das kann doch weiter kommentieren! Ich spiele! Nein! Kittykatz! Für einen kurzen Moment dachte ich, die will mir hinten schon wieder an die Nippel! Und mich beschweigen! Ah, es ist so schön das Spiel! Hab ich ja schon gesagt! Oh, und hier ist die Kultisten-Schnalle! Bringt mir da ein Gebüsch! Okay, die Blume ist kein Gebüsch! Da ist die Statue des Apollon! Und da der Altar! Dieses wird hier sehr viel mehr vorfinden, als ein hilfloses Kind! Ah, ich speichere nochmal ganz kurz! Aha! Warnung! Ich komme anscheinend näher! Und jetzt aus dem Busch kommt, äh, die Alte angerumpelt! Hilf dem weinenden Säugling! Oh! Suddenly Bloodborne! Kommt drauf! Come on! WTF! Ihr Kultisten werdet hier sterben Au Ruhe im Huff. Ich sag ja, das ist das Baby aus Bloodborne. Und da ist auch der Blutvollmond hinter den Wolkendingern. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du sprichst von Familie und schickst Marionetten, um deinen Sohn zum Schweigen zu bringen. Sie sind übrigens tot. Als er sich von den Göttern abwandte, war Dollops nicht länger mein Sohn. Als er sich von dir abwandte, meinst du? Dieses Kind war von Anfang an für mich bestimmt. Er war nur zu dumm, das zu begreifen. Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen. Und sie erhörten mich. Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Ich rettete sein Leben. Indem ich ihm beibrachte zu leiden, damit er den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird er der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast ihn gefoltert? Er war ein Säugling! Ich lehrte ihn zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihm Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Demos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau. Es geht um mehr als meine Familie. Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder wie dein Bruder. Hier. Ich beweise es dir. Ich hab' mir das Kind genommen. Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt, liebes Kind. Deine Mater ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis' Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrina, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis' Teil muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Keine Folge-Quest. Also tatsächlich ist es jetzt unsere Auftrag... Äh, Gabe über das Kultistin-Menü. Hä, interessant. Und Benni, sei gerüßt, schönen guten Abend, dass ich die halt nicht tracken kann. Während ich alle anderen irgendwie tracken kann. Hm, okay. Keine Quest. Ich mach mal eben die Kamera wieder an. Ja, steht ja nur Stoße nach Agroles vor. Ähm, aber nicht wo genau. Ja, die Quest ist damit fertig. Also wo sie jetzt in Agroles ist, ähm... Keine Ahnung. Das sehen wir leider nicht. Ist auch da vielleicht. Da hat zumindest eine neue Quest halt aufgegangen. Na gut, dann snacken wir uns die nochmal. Bibi ist schon ganz himmelig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bibi spielt er. Ich will auch spielen. Ah, Hilfe. Nein. Steht da. Soll ich gegrüßt, Benni. Hallo. Ich hier. Hallo. Grüß. Oh, bist du so gut? Das wäre nett. Dankeschön. Deckel ist, äh... Soll ich jetzt jetzt in die Hose stecken? Steck's dir mal in die Hose. So. Tschüss. Oh, ja, ja, ja. Huh, hi, na? Ähm. Ah. Ich bin verwirrt. Was? Da wollte ich hin. Hat Vor- und Nachteile, wenn man die gleichen Games spielt und mag. Wieso jetzt aber hier wieder die Herrschaft gefestigt ist, verstehe ich nicht. Die war doch gerade schon wieder unten. Ich hätte doch gerade schon eine Schlacht machen können, oder nicht? Huh. Manchmal verwirrt mich das Spiel. Was? Gleich. Eis trinken. Eis trinken. Danke. Okay. Was ist denn der andere Hand? Aua! Ja, das... Das Kind kannst du da auspacken. Was? Oh, das hört man sogar. Kinder-Unboxing. Wow. Dankeschön. Vorsicht, mein Zahn. Was bist du schuld? Was? Ja, CT ohne Zahn. Wie bei Cyrus. Hm. Was, du? Wieso schmeißt du die Kinder weg? Nun. Hm. Hm. Interessant, ja. Die Schlacht ist irgendwie vorbei. Und das Ding ist wieder gefestigt. Das ist zum Beispiel, was ich in dem Spiel teilweise nicht verstehe. Warum das jetzt wieder resettet ist. Obwohl wir die Schlacht nicht gemacht haben. Also irgendwie ist die jetzt schon wieder umgesprochen. Und lustige Moin. Okay. Es passieren ja so viele Dinge in dem Spiel. Mein Kind kann ich auch bald auspacken. Ich hoffe, dass dann auch alles dran ist, was dran sein soll, Benni. Ich drücke dir natürlich die Daumen. Nein, wir waren die ganze Zeit... Ich bin doch nicht dumm, oder? Wir waren doch die ganze Zeit in Agolis. Wir waren die ganze Zeit in dem Gebiet. Und hier habe ich doch auch eben die Palaste gemacht und haste nicht gesehen. Und deswegen war das komplett runter, das Tier. Und jetzt ist es wieder komplett oben. Und ich habe halt die Schlacht halt nicht gemacht. Und wann theme? Ich hoffe, das ist so rum richtig ausgesprochen. Ich bin Controller-Mensch. Also ich spiele egal wo immer mit Pet. Also ich könnte das nicht mit Maus und Tastatur spielen. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Wenn Krieg ist und Markus nicht hingeht, findet trotzdem Krieg statt? Ja, aber was ist das denn für eine Kacke? Könnten sie ja mal Bescheid sagen. Kai Jin, sei Grüße, Gonag. Ja, anscheinend. Wer ist das? Jesus? Nein, kein neues Kanzler in Kopfhörer, Nostia. Nur geschlossen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte. Ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Okay. Das hat aber anscheinend nichts mit der Quest zu tun. Das ist einfach nur eine Nebenquest. Oh, da liegt Blut. Nehmen wir natürlich gerne mit. Äh, da lang. Okay. Ähm, ja, das verwirrt mich. Ich gucke jetzt nochmal ins Söldnermenü. Oder haben wir noch nicht alle Hinweise für die Kultisten? Aber die ist doch enttarnt. Da steht, wie gesagt, hier unten nur Stoße nach Argos vor. Aber mehr halt nicht. Das ist halt super merkwürdig. Weil die anderen konnte ich halt verfolgen. Ich hoffe, dass wir die irgendwann finden. Hast du die denn schon gefunden, Fabi? Ah, okay. Ah, okay. Vielleicht, äh, übrigt sich mal die Frage. Mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist ein Platz in meinem Ratsreihe geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Du hast den Verstand verloren, Crysis. Das ist Wahnsinn. Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten. Das ist Wahnsinn. Das ist die Welt, die du mit erschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann Mordekind. BossTime. Interaxos, liebe Freunde. Kurz die Kamera an. Kurz einmal geswitcht. Einmal Ragee. Einmal Feuer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hau gerade extrem ins Leere. So. Ich hatte einen Dude, Mann. Ich werde beides machen. Kann ich nicht beides antworten? Ich werde nicht ruhen, bis der letzte Kultist mein Speer geschmeckt hat. Ihr werdet aus der Geschichte getilgt. Ich lösche euch aus. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Kultist besiegt. Kultist besiegt. Okay. Tschüss. Ach so, ich muss der armen Frau jetzt an der Brücke nicht sagen, dass ihr Typ tot ist. Das ist unwichtig. Vielleicht. Nun. Ja, die alte, ähm, ist, äh, die ist, äh, die ist, äh, die ist, äh, die ist Ripp. Die ist Ripp. So. So. Was haben wir denn im Inventar? Mal gucken. 28er. Kriegerschaden an Relenien bei kritischem Treffer. Let's do it. Jo. Dat, äh, nehmen wir mal mit. Dat nehmen wir mal mit. So. Dann. Rüste. Oh. Attentatschaden. Da haben wir auch Attentatschaden. Jägerschaden. André, da lieber erfolgreichen Attentaten. 3% für alle Schäden. Ja, na wohl ja. Dat ist nochmal gekauft. So. Dann können wir die hier auch wieder wegmachen. Äh, neue Helme haben wir nicht im Angebot. Und neue Brüste hatte ich ja gerade angezogen. Goodie. Done. Ist die Quest damit erledigt. Genau. Dann haben wir jetzt nur noch die Hauptquest auf dem Land der Gesetzlosen. Wo will uns das denn hinbringen? Untersuche in Korinth. Aha. Dann gucken wir mal, wo Korinth ist. Äh, wie viel Z-Teile? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, Belor. Ähm. Da würde aber auch das Level nicht passen. Weil die halt unterschiedliche Level haben. Die müsste ich dann aufwerten. Und das aufwerten kostet. Da ist Korinth. Ja, das heißt, wir könnten ja rein theoretisch einen Fuß nach Korinth setzen. Ähm. So, als letzte Amtshandlung. Da oben ist auch da... Oh, wer ist das denn? Brison. Was macht denn Brison da? Oder wir könnten den Kultisten da noch eben abschlachten. Ähm. Ähm. Das ist Brison, ne? Brison ist da. Den hatten wir schon aufgedeckt. What the fuck? Ich habe nichts gemacht. Aha. Okay. Hast du zufällig die Playstation angemacht, Bibi? Okay. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt gerade ausgegangen ist. Einfach so. Aha. Okay. Nun. Bin ich gerade nicht online? Eigentlich schon, oder? Random. Ja, ein Giants. Keine Ahnung. Kann ich das Spiel beenden? Ist das denn jetzt noch an? Anwendung schließen. Merkwürdig. Ich schließe mal die Anwendung. Warum das jetzt passiert ist, I don't even fucking know. Läuft doch aber scheinbar. Muss die Spiellizenz mal geprüft werden. Ja, ich starte einfach mal die Konsole neu. War mir einmal groß. Ähm. Keine Ahnung, warum das passiert. Er hat, ähm... Wenn keine Online-Verbindung da ist, könnte ich das verstehen. Aber es sollte eine Online-Verbindung da sein. Und dann überprüft er halt normalerweise die Lizenzen. Außer Sony hat gerade irgendwelche Probleme. Ah. Passiert. Gerüchteweise, ähm... Hatte jetzt ja Microsoft-Probleme die Tage. Plus Ubisoft. Ist halt so. Wenn irgendwie alles immer online überprüft wird. Und dann irgendwann mal die, äh, Konnektivität nicht da ist. Ja gut. Disc wäre vielleicht eine Alternative gewesen. Ähm. Ich kaufe digital. Wie lange mache ich das jetzt? In vier Jahren? Viereinhalb Jahren ist das jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir Lizenzkram hatten. Habe ich den Gauner übersehen? Weil da steht, a few seconds to go. Hat jetzt Gauner gerade resubbt? Irgendwann habe ich halt übersehen Gauner. Im dritten. Kann das sein? Ist es Taipi? Okay. Weil er steht nämlich, äh, vor ein paar Sekunden. Probiert mich gerade. Fuß in Korinns Herzen fehlgeschlagen. Mission too strong. Äh, tatsächlich, anscheinend. Kann er im Moment nicht connecten. Ah, deswegen. Das PlayStation-Network wird zurzeit gewartet. Deswegen kann ich jetzt nicht spielen. Weil das PlayStation-Network down ist. Kann halt hier jemand bestätigen? Google? Äh, was sagt Google? Google sagt, äh, achso, ihr seht's ja nicht, was ich sehe. Verdammt. Es kam gerade die Meldung, das PlayStation-Network wird gewartet. Und, ähm, dementsprechend sind alle meine Spiele quasi gerade gelockt. Weil ich halt dann nicht spielen kann. Ja, nun, ähm, weil überall jetzt halt ein Schlösschen davor ist. Hey, schöner Stream. Ja, gut, dass das jetzt erst passiert. Ähm, weil Imperial Chronicles könnte ich sonst noch spielen. Das habe ich auf Disk da. Der Rest, wie ihr seht, ist halt viel digital. Ähm, kann ich dann natürlich alles nicht spielen. Ja, gut, wenn der Sony-Network down ist, kann ich gerade nichts tun. Hm, würde ich sagen, muss ich heute vielleicht ein bisschen eher Schluss machen. Das ist kein Schatzschluss. Wir mussten leider hier in der Couch werden. Nein, das glaube ich nicht. Bin ja ein sorgsamer Bürger. Und sonst so bei euch? Alles gut? Ja, ich mach die Kamera wieder groß. Ja, trotzdem cooler Stream bisschen. Immer noch ein sehr geiles Game. Ich hab immer noch Bock drauf, weiterzuspielen, alles zu erkunden. Und, ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich will spielen! Sony! Mann, tut was! Ei, ei, ei. Ah, jetzt sehe ich zumindestens, dass unten schon mal wieder das aktuelle Spiel angezeigt wird. Ähm, das heißt, irgendwie scheint es langsam wieder zu kommen, weil gerade wurde nämlich gar nichts angezeigt, ob jemand noch online ist. Ja, geht nämlich im Moment gar nichts. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie Notfallwartung oder so. Und der Empty Boy! Rein in den vierten! Da sage ich dickes Dankeschön, Mann. Hilft natürlich ungemein. Seien gegrüßt, Empty Boy! Okay, und danke für den Support im vierten von Gesundheit an, Vivi. Bestimmt, weil mir keiner Hallo gesagt hat. Wann war es? Sei gegrüßt. Hallöchen! Ja, es scheint sich so ein bisschen zu erholen. Ähm, weil jetzt sehe ich schon wieder 27 Leute online. Starte nochmal die Konsole einmal neu. Sorry für die Sounds. Kann ich, ja, ich kann sie muten. Warte, so, jetzt hört da nichts mehr. Ähm, eventuell funktioniert es dann. Einmal neu starten. Und das freut mich, äh, Wante, wenn es dir gefällt. Sorry jetzt, dass es mehr oder minder so ein bisschen abrupt endet. Aber man steckt halt leider nicht in der Technik halt drin. Gerade wenn halt irgendwie alles immer online verbunden ist. Es ist immer doof. Aber, nun ja, machst du nichts dran. Morgen auf jeden Fall geht's weiter. Kann ich schon mal sagen. 22 Uhr, Assassin's Creed Odyssey. Ähm, wir hatten unter der Woche ziemlich halt immer von Modas bis Reiters. So ab 22 Uhr, Pi mal Daumen bis mal, so um 3. Dass es heute ein bisschen eher anscheinend endet wird. Ja, nun. Ja, ich starte gerade nochmal neu. Ja, ähm, ich habe jetzt zumindest schon wieder Leute online gesehen. Vielleicht haben sie es einfach nur Notfall restartet. Keine Ahnung. Ähm. Und wenn nicht, dann machen wir gleich Schluss. Dafür morgen länger. Mal schauen, Hendrix. Mal schauen. Bock ist auf jeden Fall da. Ich hoffe erstmal, dass das Ding gleich wiederkommt. Weil ich würde halt gern noch jetzt dann gleich. Hehehehe. Ich weiß schon. So neben Kram und so. Ei, ei, ei. So. Schauen wir mal, wie es jetzt hier aussieht. Ja, geht wieder. Ja, also wie gesagt, äh, war halt anscheinend nur echt ein ganz kurzer Wartungsanfall von Herrn Sony. Denn jetzt habe ich das Spiel wieder starten können. Plupp. 20 Minuten. Wir können noch. Let's go. Jetzt schaffen wir noch den einen Kultisten wegzuklatschen. Minimum. 20 Minuten kompensieren wir mal jetzt. 200 Minuten. Uff. Ey. Ja, die Mission war durch. Er sollte da irgendwo gesaved haben. Ah, wobei, mir graut's gleich. Ich hab gerade, äh, mal auf mein Handy geguckt. Ähm. Vivi, du musst mich gleich festhalten. Äh, Post vom Anwalt. Ich frag mich, warum mein Anwalt nachts arbeitet. Na gut, ich arbeite auch nachts. Alter Schwede. Ey, ich möchte diese Mail nicht aufmachen. Schon ein bisschen übel deswegen. Mach mal ne Steuerberaterin. Komischerweise auch. Ich frag mich gerade, sind Steuer... Ne, Steuerberaterin, sind das Freiberufler? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Anwälte sind auch Freiberufler? Ja, keine Ahnung. Die teilen sich wahrscheinlich ihre Zeit, äh, irgendwie ein. Und wenn sie halt auch gerne nachts arbeitet, dafür morgens in zwei, drei Stunden länger pennt. Warum nicht? Ja, lustigerweise, mein Anwalt ist eben auch, äh, äh, Gamer und Japan-affin. Irgendwie, wenn ich mit dem telefoniere, wir quatschen irgendwie 20 Minuten übers Business und dann irgendwie 20 Minuten über Gaming. Naja, okay. Aber ist mir halt so rum deutlich lieber, als, sag ich mal, ein Anwalt, der vielleicht von morgens 8 bis 15 Uhr arbeitet, weil den würde ich nie erreichen. Und wie gesagt, den erreichst du halt noch abends um 20 Uhr. Ist halt für mich super easy. 15 Minuten Pause pro Stunde? Das hätte ich damals in WoW wissen müssen. Ey, ich frage mich ehrlich, ob diesen Hinweis irgendjemand, ähm, befolgt. Zumindestens können sie sagen, ja, es steht dran und du bist schuld, wenn es nicht selbst befolgt oder so. So. Oh. Okay. Gut. Also ich hatte das mehr oder minder, ja, wahrscheinlich, das, ähm, Anlegen des Equips war jetzt nicht, glaube ich, durch. Das muss ich jetzt nochmal machen, ne? Ja. Da hatte ich doch jetzt irgendwas gelootet. Äh, genau. Das hatte ich angezogen. Dann hatte ich die Brust angezogen. Und da hatten wir nichts bekommen, ne? Gut. Ähm, das war das. Jetzt speichere ich nochmal schnell. Dann gehen wir auf die Kultisten. Die hatte ich nämlich dann ja auch freigeschaltet. Das war die, die wir getötet haben. Damit hatten wir den freigeschaltet, mehr oder minder. Und ich wollte den verfolgen. Und der war dann tatsächlich da oben. Die nur der rechtlichen Sicherheit. Ja, na klar. Können sie halt sich selbst herausreden. Die Frage ist, ich glaube, ich fahre von da mit dem Schiff da rüber. Ist, glaube ich, der schnellste Weg. Und während das Ding einmal ganz kurz lädt, mache ich nochmal Blitzwinkeln. Bär weh. Ja. Ja. Und da hat er nie. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer Stunde mache ich meistens 5 Minuten Zigarettenpause. Würde ich noch rauchen, Fabi, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Und dann rausgehen oder irgendwo ans Fenster gehen. Ja gut, gelogen. Ich habe im Büro geraucht. Also du raust wahrscheinlich nicht drin, ne? Ja, vernünftig. Aber eigentlich gar nicht dumm. Hier ist der Hafen. Kalt. Ja, hör auf, ey. Ich habe bei minus 15 Grad in Nürnberg mir beim Rauchen am Fenster den Sack abgefroren. Das war so scheiße kalt. Wer geht denn heutzutage noch raus? Wahrscheinlich die Raucher. So, jetzt müssen wir dann einmal übersetzen. Auf Position zum Ablegen! Oh, Eugene. Kommt mal ins Bett. Mit Unterbuchse wäre das nicht passiert. Ey, die halte ich an. Aber trotzdem scheiße kalt. Wird etwa so kalt, dass die USB-Festplatte im Auto eingefroren ist. Wäre bei so minus 8 bis 10 Grad gar nichts. Aber bei minus 15 war die USB-Platte eingefroren. Nein, wir legen an. Ah, jetzt haben wir wieder so eine schöne, güldene Rüstung. Aber ich glaube, das ist normal, Fabian. Aber das ist, finde ich, auch das, was den Game-Reiz ausmacht. Dass du halt zu jeder Zeit so ein bisschen entscheiden kannst, was du machen möchtest. Halt ein bisschen Hauptstory, ein bisschen Ressourcen sammeln. Halt ein bisschen Karte aufdecken, erkunden. Kultisten. Es wird halt nicht langweilig. Wenn du von einer Sache nämlich genug hast, machst du einfach im Skibat anderes. Und das hattest du halt eben in Origins halt nicht. In Origins konntest du halt eben nur die Main-Story machen und Nebenquests. Und die Nebenquests waren nur fürs Leveln. Und hier fühlt sich das halt eben anders an. Dann kannst du halt hier irgendwo einen Startsputsch noch machen. Ja, keine Ahnung. Es sind halt so gefühlt vier, fünf Game-Komponenten in einem Game. Ähm, was das Spiel halt so unglaublich rund macht. Das hatte ich so das letzte Mal. Ähm, oder das mochte ich halt sehr gerne in Red Dead Redemption. Da hat sich das auch alles aus einem Guss angefühlt. Du konntest halt eben Hauptstory machen. Du konntest halt die, ähm, Herausforderungen machen, die halt besseres Gier gegeben haben. Sei es jetzt halt Jäger-Herausforderungen oder Sammel-Herausforderungen. Du konntest die Minispiele machen. Du konntest die Pferde fangen. Du konntest Kopfgeld machen. Du konntest einfach nur Quatsch machen. Ähm, und das hat sich alles so unglaublich gut in Red Dead Redemption und harmonisch angeführt, dass es genau wie dieses Spiel nicht langweilig wurde. Weil du immer irgendwas machen konntest, worauf du halt gerade Bock hattest. Und ja, das, finde ich, war eben das, was mir in Origins halt gefehlt hat. Origins war für mich nur Questen, Questen, Questen für Level, Level, Level. Ah, jetzt habe ich das Level für die Hauptstory. Jetzt mache ich Hauptstory. Oh, jetzt ist die nächste Hauptstory fünf Level drüber. Jetzt muss ich wieder leveln. Okay. Haupt- äh, Nebenquest, Nebenquest, Nebenquest. Das war für mich Origins. Ah, die sind im Marmor-Steinbruch. Oh, der ist wieder so brutal voll. Oh, geht eigentlich, sehe ich gerade. Ist ja gar nicht, da geht's. Nun, vielleicht. Befehlshaber, Kriegsvorräte, das Rätsel und zwei Schätze. Was haben wir denn? Wir haben einen Schatz. Wir haben die Kriegsvorräte. Äh, was jetzt noch fehlt, sind noch mehr Schätze. Da ist das Rätsel. Also noch ein Schatz fehlt. Naja, da haben wir die zwei Schätze. Da ist der Befehlshaber. Ach, er ist sogar... Ach nee, er ist nicht der Befehlshaber. Da hinten ist der Befehlshaber. In Origins war ich irgendwann überlebt, weil ich den ganzen Zeitraum gemacht habe. Ja, ich hatte da irgendwie keinen Bock, weil... Weiß ich nicht. Du konntest ja auch mit den Nebenquests leveln. Weiß ich nicht. Da fehlte so der Grund, warum man es tun sollte. Ähm... Ja, vielleicht sollte ich den da erstmal wegmachen. Ich habe noch kein Assassin's gespielt. Für mich ist alles toll. Ja, in dem Spiel ist es auch alles toll. Also wenn du jetzt mit dem Teil angefangen hast, hast du absolut Glück gehabt. Ja, ich spiele sie halt seit dem ersten Teil. Und ja, zwischendurch war bei mir extrem die Luft aus der Serie halt raus. Ja, ich spiele die Luft aus. Vielleicht buggy, glaube ich. Weil ich wollte eigentlich das dritte Mal werfen. Aber der Kultist wollte nicht. Irgendwie. So, der ist auch Ripp. Rippe die Ripp-Ripp. Vorne ist noch ein Bogenschütze. Wow. 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 Na, kommt ein Kopfgeldjäger. Vorne sind die Kriegsdinger. Haben wir den Befehlshaber? Ne, den Befehlshaber haben wir noch nicht. Der streunert hier noch rum. Nein. Oh, ei, 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 ei. Mädchen, was tust du? Ja, mach mal. Zwei Befehlshaber? Nein. Okay. Was, Salami ist aus dem Steinbruch? Oh, jetzt habe ich Hunger auf Salami. Wow. 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 ich würde gerne ausweichen es ist nur so viele busch so den epischen blut nämlich mal mit da kommt noch ein kopfgeldjäger jetzt wird es ungemütlich zwei kopfgeldjäger davon nicht mal so niedrig im level jetzt fehlt noch das rätsel und der befehlshaber wusste der befehlshaber und wo ist das rätsel das rätsel hatte ich doch das kennt da oben aber eben das rätsel einsammeln so jetzt fehlt nur noch der befehlshaber der da hinten ist okay den machen wir noch mal fix der betraut da hinten den tod seiner kollegen also das wollte ich eigentlich nicht ja du blockst mich der blockt mich selbst dass ich nicht ausweichen kann alter was ein du jetzt noch eine ehrenrunde das war jetzt richtig dumm ja die sind 32 der 32er klotzt halt richtig rein ich habe halt kein glück die anderen sehen mich die sind so schnell da ich stehe nicht separiert deswegen mache ich halt immer ganz gerne vor solchen klamotten hat kopfgeld weg weil die halt einfach rein punkten und es seit tausendmal schwieriger wird und ich weiß welches level die haben und wo sehen die mich denn ich komme halt irgendwie nicht jetzt irgendwie so der geht zurück das war subtil also denke ich zumindest noch nicht jetzt geht er wieder zurück er bleibt halt eben auch bei den kopfgeldjägern ist halt scheiße der mag halt kuscheln man 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 das fing subtil an und er ist ein rambo ja so wie immer auch man Mann, 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 Mann. Ja. Dankeschön. Wiedersehen. Und abgeschlossen. Alter Schwede. Schwede Geburt. Marmorstein und Salami bricht. Aber unsere, unsere Liebe nicht. Alles, alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. So. Dann haben wir den Dude, besser gesagt, irgendwie auch gemacht. Den Dingsbums. Weißt du schon, Kultistenmann. Der ist dann nämlich auch erledigt. Und da haben wir einen Hinweis bekommen. Level 40. Ja, der nächste, den wir machen könnten. Schauen wir mal vom Level. Level 29. Den könnten wir machen, wo immer der auch ist. Und der wäre 49. Also das klappt nicht so wirklich. Den können wir wahrscheinlich nicht machen, weil den können wir nicht aufdecken. Also ist der nächste in der Reihe der. Und der ist in Pethki. Ach, guck dir an. Da müssen wir sowieso hin. Da ist die Arena nämlich in Pethki. Nun. Dann einmal nochmal gucken, was wir hier an Klamotten bekommen haben. Und nochmal eine bessere Axt. Genau, die hätte ich ja schon weggemacht. Ähm, die können wir wegmachen. Und wir haben jetzt noch ein 29er Knüppel mit 925. Ja, ist okay. Also nichts Neues Spannendes. Ähm, was hatten wir hier bekommen? Jägerschaden, Hochleistungsfähigkeit, Schaden. Also nicht wirklich spannend. Okay, verstehe. Was hatten wir? Neue Brüste. Blaue Brüste. Flechte Brüste. Okidoki. Fast Level 31. Hat nicht ganz gereicht für noch ein Level-Up heute. Aber, naja, immerhin. Zumindest haben wir die Hauptstory ein bisschen weiter gemacht. Das heißt, wir haben jetzt in der Hauptstory wirklich nur noch die Land der Gesetzlosen, dass wir nach, äh, ich hab vergessen wohin, äh, nach Korinth sollen. Ganz genau. Und verbessere den Speer. Haben wir jetzt schon wieder drei von neun. Da brauchen wir halt noch sechs weitere für den Speer. Ja, und aus den Schatten wird ja hier weiter irgendwo dann unten gemacht. Artemis, keine Ahnung, wo das nächste ist. Ich speichere einmal. Und, ähm, ja. Dann gehe ich einmal, äh, so ins Menü und mache mich dann nochmal groß. Prost!